wunderschönen guten mittag wünsche ich es eher so spontan stream und ich habe vor kurzem so ein kleines video über planet crafter gesehen und fand es sehr faszinierend es ist ein terraforming spiel das sehr ähnlich ist wie subnautica und dann dachte ich mir ich teste das mal an und wenn es wirklich cool ist bis zum ende spiel das soll ja nur story haben und ja mal sehen ich bin auf jeden fall sehr gespannt ich war ein neues spiel solidars spielmodus entspannen entspannen kann er folgen sauerstoff gesünder werden langsam verbraucht normal lässt einige gegenstände fallen wenn du stirbst jeder gegenstand in deinem inventar wird zerstört wird du stirbst hardcore sobald du stirbst endet das spiel war erstmal auch normal aber hardcore kriegt sehr interessant kreativ ist natürlich wieder finde ich auch immer sehr cool dass es solche spiele anbieten dass man auch einfach nur bauen kann aber ich mache erstmal das normale entspannt ist mir dann jetzt ich glaube entspannt wer etwas für leute die sollte überhaupt keine ahnung haben das funktioniert also mit survival das wird nicht das noch normal okay man kann hier sogar noch extra sachen einstellen wie gesagt ich lass mal alles so wie es ist dann bricht es aber einfach normal erstellen und ja mal schauen und schon wieder ein absturz willkommen auf deinem zugewiesenen planeten deine mission ist der terraform den prozess dieser welt voranzutreiben erzeuge dazu sauerstoff wärme und luftdruck reiche zuerst 175.000 ci und erschaffe eine blaue atmosphäre satinel core ich glaube ich soll ich erinnere mich dass ich so eine art verbrecher bin und das ist so das was man nur öffnen lage ich muss da drinnen wir haben sagen weltraumnahrung aber ich lass mal ein bisschen ich nehme jetzt nicht so viel mit ich kann also sachen aufbauen rucksack erhöht die inventar größe taschen ab zerlegen sauerstoff tankstufe 1 ok aber ich habe hier was mit der steuerung ist bisschen doof maus empfindlichkeit 33 prozent muss ich bis hin kommen ich bin jemand der braucht eine schnelle maus ja besser ok wie baue ich bauern ist kuh konstruktions mikrochip erforderlich das muss ich also bauen da ich brauche silizium und magnesium da muss ich dann mal schauen wo kriege ich denn hier salizium und magnesium ok das hier soll also eine oder hinten ist irgendwas abgestürztes das ist wasser das ist das titan sie ließ ich nehme erst nur das was ich auch brauche weil sonst habe ich nicht genug platz eisen also hier ist eine loot box oh cool ja kobalt zu wissen ähm ich habe irgendein problem mit sauerstoff ach du scheiße reisen kann man das hier irgendwie hier kriege ich wieder sauerstoff sehr schön also ich kann jetzt nicht viel draußen machen äh muss jetzt schieb aus dem objekt so ich habe hier sind lithium mannese wo kriegt der mannese her das ist ja das war das würde ich grundlegenden sagen da schickt man mich auf dem planeten um den zu terraformieren und gibt mir überhaupt nichts das ist immer alles naja die gibt überhaupt nichts mit damit ich das auch bedünftig machen kann ach hier ist man nicht so das ist gut brauche noch mehr silizium da ja da das sieht aus dem museum ja ich bin dabei ich komme ja kaum voran wenn ich so wenig sauerstoff habe ja ist ja schon gut man man jetzt kann ich bauen kann ich noch nicht so das nächste wäre dann zerlegen taschenlampe ich würde gerne einen neuen sauerstoffeisen magnesium und kobold brauche ich also das also ich komme hier kaum voran aber ich kann jetzt auch warum ich kann jetzt module eisen und titan hier ist die heizung erzeugt wärme oder erzeugt luftdruck im grunde das hört sich jetzt sehr seltsam an die meisten wissen das gar nicht weil sie denkt dass wir das ist einer der schlimmsten sachen die es gibt ich muss in die atmosphäre um zu terraformieren co2 in die luft hauen hört sich seltsam an weil co2 ja immer dieses böse ding ist wo bin ich voll aber hier ist es wichtig weil es ist halt nicht hat ich komme hier kaum voran junge junge aber das ist das zweite bauen sehr sehr schön jetzt habe ich mir jetzt nicht eindeutig so ein bisschen mehr stellen rucksack stufe 1 wohnmodul rucksack stufe 1 ich brauche eisen das würde ich ja wohl irgendwo liegen wieder so das haben wir dann schon mal da oben rechts steht wie viel terraforming schon betrieben habe da bin ich ja schon sehr weit sehr gut so das heißt ich habe jetzt hier den rucksack aber die wollen ja auch dass ich jetzt hier ein wohnmodul erstelle dafür brauche ich eisen eisen titan da frage ich mich ist das eigentlich endlich oder oder gibt es irgendwann mal später quellen mit denen ich dann unendliche sachen habe ich weiß ganz komischer absturz stelle ja okay ein wohnmodul warum wir das erst mal hier in die näher das ist sonst mit dem ersten das hat kein automatisch keine tür shelter construction first apartment ja super ich brauche noch mal eisen sauerstoff niedrig ja aber ich habe ich hier irgendwie stellt er die gesundheit wieder her sauerstoff habe ich irgendwas und wasser um mein trinken herzustellen oder so was brauche ich für die tür eisen silizium kinesium kobalt also ich wie gesagt ich bin ich bin blind in dieses spiel ich habe nur mal ganz kurz so test gesehen ich habe aber auch die demo nicht gespielt ok ich kann jetzt hier rein oh ich krieg sauerstoff sehr schön bohrer stufe 1 terraforming herstellung heizung ich kann treppen bauen also das ist noch von der metris windkraft ja gut terraforming energie möbel ja das ist schön brauche ich das muss ich schlafen ich will ja auch schön bauen also es geht ja auch darum ich brauche jetzt erstmal viel eisen ich weiß nicht wie ich tritt kriege hier wasserflasche stellte das vollständig zu wissen ich schaffe eine blaue atmosphäre ja also wenn man das sieht ja sehr aus wie mars ok eisen ich brauche auch kobalt also ich brauche alles was hier in der nähe ist erstmal gefällt mir schon nicht wie das hier aussieht ich hätte das schon anders hin so wie drehe ich wow wow ich habe kein strom glaube ich was ist das oh mein gott ich werde bombardiert ja das ist jetzt nicht so toll sauerstoff 0 werbe 0 luftdruck 0 terraforming 0 wir haben es jetzt ok ich muss aber jetzt schauen was soll ich noch bauen die bohrer die heizung herstellungsstation herstellungsstation ich denke der herstellungsstation ist jetzt auch nicht schlecht weil ich brauche ja auch zu trinken eisen und silizium sterbe ich dadurch wenn mich so ein ding trifft ich gehe mal davon aus wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass mich das trifft reisen und silizium ich will auf jeden fall jetzt fragte ich mein gott ich hoffe das zerstört auch nicht meine gebäude dass das welt kacke wenn ich das immer wieder das ist das als die einzige so kann ich auch drehen ok erstelle ich dann mal hier hin ja ich kann wasser herstellen gut damit hat sich das auch geklärt und natürlich brauche ich eis dafür das war klar gut ich brauche aber noch pflanzenröhre ich brauche weisen ich wollte das sieht ja cool aus da ist noch ein planet also es ist nicht der mars da sind wir uns jetzt eigentlich es ist nicht der mars das sieht aus wie ein terraformierter planet wenn er so grün wirkt oder er ist radioaktiv oder ist auch noch ein mond ich habe gerade den faden verloren ich wollte irgendwas nicht die pflanzenröhre machen ich habe gerade den fahrten ich wollte ja was herstellen ich wollte licht genau mikrosis silizium magnesium magnesium weil irgendwie wird gerade sehr dunkel magnesium silizium magnesium hallo magnesium hier ist viel eisen dritten und auch nicht schlecht aber also ehrlich magnesium habe ich ein problem da das sieht nach magnesium aus ja ich brauche wieder sauerstoff meine güte ich kann nicht mehr sehr weit weg ja ich hab's gemacht so gut und wie mache ich die jetzt an aha nicht habe ich irgendwelche energie und scheint nicht gut man muss jetzt bohre ich baue noch mal ein wind ding das wird sich doch zu so hier war magnesium direkt daneben so hier soll so ein bohrer stattfinden das soll ja in die luft transportiert dann mache ich das mal einfach hier und nehmen die kapsel da fängt um ein wahnsinn ich habe weil das spiel beendet es steigt lang okay gut zu wissen sauerstoff ist wieder niedrig ich das ist doch nicht zu fassen bildschirm fortschritt und eisen und silizium ah ne das haben wir ja hier energieverbrauch baupläne ach so die brauche ich wirklich bei silizium und eisen ja also die ziel um eisen ja das ist das voll silizium ah in der truhe war noch eisen ich ich meine das ganze ding mit kann ich bauen kann ich bauen kann ich bauen sehr gut wie gesagt das hier wird erstmal meine erste zwischenstation also ich versuche jetzt erstmal rauszufinden man das ja wow wow äh wow ich brauche dich und natürlich noch hab ich doch fortschritt oder nicht ich zeichne information zum terror vorgegangen was haben die 23 t hier habe ich 24 also wenn ich das jetzt so laufen lassen wie lange würde ich brauche dann bin ich das spiel beendet oder stoppt das irgendwann mal obwohl ich weiß nicht dass so ein kleines ding irgendwas verändert das finde ich schon seltsam ähm ich brauche jetzt noch diese heizung und die pflanzenröhre was machen die denn platziert einen samen in diesem gerät um sauerstoff zu erzeugen oder muss ich drin bauen das bringt aber jetzt das ist jetzt nicht sehr logisch weil ich habe doch pflanzen da doch hier diesen samen glaube ich was bringt mir denn sauerstoff hier drin hier habe ich doch sauerstoff oder nicht ja man muss die heizung dann auch dritt bauen radium und silizium habe ich noch gar nicht gefunden ich könnte auch eine lagerkiste wie gesagt das wird der erste zwischenstation wasser behalte ich mal die drei sachen brauche ich wenn es mal notfall wird also ich brauche jetzt noch iridium eisen und silizium die frage ist wo kriege ich iridium ja ich habe das jetzt noch gar nicht gesehen ich gehe ein bisschen weiter höher gelegene sachen sind natürlich auch wieder gut und jetzt magnesium magnesium kann ich immer gebrauchen das abgestürzte ding da oben frag mich ob ich da drinnen atmen kann da oben ist die kiste kürbis kerner microchip bauplan magnesium silizium gut zu wissen einmal nehme ich das jetzt schon mal dann kann ich das nämlich mal wieder mitnehmen das ist doch in der nähe also werde ich alles komplett gluten 86 ti habe ich schon 87 ich weiß gar nicht ob das sauerstoff das ding hier drin irgendwie mitwirkt das doch er macht billig das ist ein bisschen peter peter von nanopascal oder so glaube ich sind das die abkürzung mein gott das sind so ganz kleine werte ich weiß man merkt schon ich bin hä wieso habe ich das jetzt gelernt sauerstofftank 2 sauerstofftank 2 oh das brauche ich auch äh titan titan habe ich irgendwo gesehen ist das titan nein ist das titan ja also wenn also sauerstoff ist jetzt sehr gut ist jetzt sehr wichtig dass ich den sauerstofftank 2 mache jetzt habe ich das wert von 200 das ist schön warnung bewässerung niedrig sagt doch ich habe durst man war das ruhig mal hier rein benutze den bauplan bildschirm diesen bauplan frei zu schalten ok ok bewegungsstiefel hier sind ja die baupläne ok freischalten bei 200 wenn ich die terraforming voran schreitet suche ich also ich habe jetzt irgendwas was ist das beweglichkeitsstiefel bei 1 aluminium aluminium stoff stoff ich habe kein stoff ich weiß nicht wo ich herkriege also auch wie wie ganze so quatsch ich wollte hier das habe ich doch schon das ist eine übersetzung oder energieverbrauch habe ich nämlich doch gar nicht scheint mir irgend so ein übersetzungsfehler zu sein der bräuchte magnesium habe ich hier hinten noch mal gesehen ich nehme mal eis mit, weil ich das bei euch wieder brauche ich habe gerade genug windkraft und das was ich gerade habe zu machen ja aber er hat nicht erkannt dass ich das fertig gemacht habe anscheinend also ich baue das jetzt noch mal vielleicht braucht der zwei oder so keine ahnung oder ich kann es noch nicht bauen wahrscheinlich aber interessant strom ist sofort weg wenn irgendwas drüber geht warum hier noch ein sehr schön es ist jetzt sehr komisch oder ich es ist etwas was ich freischalte irgendein bildschirm hier bildschirm mit wärme auch so okay ja gut dann werde ich mal ich werde jetzt mal ein bisschen kobalt sammeln dann kann ich nämlich sauerstoff herstellen dann kann ich das mitnehmen vielleicht finde ich dann beim wrack da oben irgendwie das was ich brauche dieses rote metall aber dann nehme ich mal ersatz sauerstoff mit das braucht man eigentlich noch mal für so ein gebäude als in einem 1 1 silizium weil wenn das hier so atemluft gibt kann ich ja da oben so ein ding bauen dass ich dann noch so eine art schutzraum habe aber wie kann ich eigentlich sachen wieder abbauen geht das anscheinend nicht einmal gebaut sind sie noch erst mal da das kann ich wahrscheinlich noch nicht gut so habe ich jetzt schon mal sauerstoff da brauche ich noch ein kreft 10 items ok getan so heißt noch mal dann habe ich das jetzt lege ich das ich habe kobalt hier drin ich lasse alle titan mal hier drin weil wenn ich da oben was baue gehe ich da jetzt erstmal hoch ich brauche eisen auf dem weg dorthin eisen und eine silizium ja ja gut gut das wird doch ganz witzig werden wenn ich haben hier die ganze zeit immer hin und her rennen muss also von dem das was ich eigentlich suche ist nicht einfach vielleicht ist ja irgendwas in der station wo ist denn jeder eingang was sie sieht nach dem eingang aus da geht es rein dann baue ich hier draußen oder ist eine eis schicht eine eishöhle ok egal was ist ich hatte jetzt erstmal und das hier genug rum liegt sauerstoff dass sie nicht strom verbrauchen aber so kann ich den modus wechsel gut schauen wir mal was finden wir denn ja ich sehe gar nichts ja samen sehr gut wo hier sind stoffe die suche super regierung ist das aluminium super regierung hier ist irgendwas abgestürzt ist schon irgendwie so ein frach verdammt das sieht nach mist kann ich jetzt zerlegen lernen ich muss zerlegen lernen jetzt komme ich ja nicht weiter ich sehe Silizium müsste das hier sein. Genau. Da, das hier. Silizium, Magnesium. Das habe ich nämlich noch nicht gebaut, ey. Das ist richtig zu fassen. Silizium. Ähm... Was ist das? Es... Hört sich nicht gut an. Ah, ich habe 300 TI, aber ich finde, liegt es daran. Oh, so. Wow, ich muss das sogar wechseln, das ist doch nicht zu fassen. Und Licht brauche ich da drin. Da, Iridium. Es ist sogar ein Erfolg, Iridium erstmal zu finden, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Ich gucke den Bauplan. Okay. Aluminium. Ich kann hier leider nicht alles mitnehmen. Raumanzug. Hm. Okay. Lass ich das mal drinnen. noch mal drinnen. Noch mehr Stoffe. Uran. Oh je je. Oh je 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 je. Ich muss hier mehrmals lang, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Oh. Oh. Ich fasse übersehen. Also ich kann hier nicht sofort alles plündern. Das ist... Da geht es sogar noch weiter, das soll ich zu fassen. Okay. Dann machen wir jetzt mal kurz den Optionschip. Und jetzt auf dem Dach baut. Sieht schon gut aus, wenn ich das auf dem Dach bauen kann. Ja, aber ich komme... Ich stelle es jetzt einfach hin. So, weil... Wie könnte man noch diese Heizung bauen, oder? Es ist ja egal, wo man die baut. Gut. Du musst die drauf... Ich muss auch drinnen gebaut werden. Was ist das denn für die Logik? Ich will doch die Atmosphäre aufheizen. Warum muss es denn hier drin sein? Gut. Das ist ja so mein Hitze ausposten jetzt erst mal. Ähm... Ich puschte Eisen. Dann könnte ich nämlich ein paar Behälter aufbauen. Aber... Einen Moment. Was ist mit... Das hier? Ich habe hier neue... Ich habe da ja auch was gefunden. Könnte ich noch so ein Ding bauen? Dann geht das bisschen schneller, wenn ich mehrere baue. Dann lege ich erstmal die Sachen hier rein. Da habe ich jetzt sowas gefunden. Da ist mal diese speziellen Sachen, die ich noch nicht so brauche. Ähm... Ich guck mal, das Eis und Magnesium. Da ist alles. Das ist... Komisch wohl noch nicht rein. Schmilzt ab 100 NK. Da bin ich schon lange entfernt von. Es war noch nicht so warm genug. Ich habe das schmilzt. Aber gut zu wissen, dass sowas... Na, jetzt habe ich nicht Ahnung. Magnesium. Ah... Da ist Magnesium. Es wird bestimmt auch mal so Farmspots geben, wo bestimmte Sachen am meisten äh... existieren. Aber Eis fehlt mir. Ich habe da Eis. Aber es fehlt mir trotzdem. Ah... Hier ist Eis. Brauche ich noch so ein Ding. Ja, dann... Das erhöht dann auch die Schnelligkeit wie die... Terraform. Wohnmodul-Fenster habe ich jetzt bekommen. Das ist aber nett. So. Ja, hier. Fenster. Kobalt und Eisen. Außenlampe. Ich tarn und eisen. So. Er will ja eigentlich, dass ich noch so ein Bildschirm-Ding hoch mache. Leider habe ich nicht mehr Iridium. Na, also ich kann nur eine Heizung bauen. Aber... Ich kann noch mal reingehen. Ich muss ja jetzt nichts mehr abbauen, glaube ich. Also leider wird das irgendwie mit der Story hier nicht so ganz erklärt. Weil eigentlich, soweit ich das gelesen habe, ist man ja so ein Verbrecher. Na, das kann. Und um seine Freiheit zu verdienen... Ah, hier ist sogar Wasser. Cool. Ähm... Oh, hier ist noch mal Iridium. Das ist sehr gut. Nämlich natürlich die Sachen mit, die man normalerweise nicht findet. Um sich seine Freiheit zu verdienen, soll man hier dieses Ding terraformieren. Und äh... Oh, noch mehr Stoffe. Sehr gut. Weil das kann ich ja irgendwie doch nicht herstellen. Also sehr wertvoll Silizium. Das ist alles, was ich noch sammeln kann. Mal. Das kann ich noch nicht sammeln. Jedenfalls habe ich Aluminium noch nirgendwo gefunden. Shanga-Samen. Aubergine-Samen. Das... Das... Weil dann kann ich sofort einmal trinken. Ähm... Ich nehme jetzt genau nur das mit, was man auch wirklich... Kann man hier durch die Tür? Nein. Hallo. So was bist du denn? Ah, hier ist noch was zum Entbauen. Oh, ich muss noch mal zurück. Oh, ich sehe gerade. Äh... Das war wieder ganz knapp. Äh... Ich... 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 Ich vergesse manchmal, dass da unten noch eine Leiste ist. Ey. Das heißt, ich muss noch mal Sauerstoff herstellen. Das heißt, ich brauche Kobalt... Äh... Kann ich das sofort benutzen? Kann ich das sofort benutzen? Ich habe mir noch einen Eisen geholt, weil ich dafür auch wahrscheinlich mehr umbrauche. Ich brauche hier jetzt noch eine Heizung. Fahre ich nicht so etwas trinken. Sehr gut. Ähm... Stimmt. Ich würde gerne noch einen Sauerstoff herstellen, weil mir geht das ziemlich schnell weg. Ich hoffe, ich kann halt irgendwie noch mehr Chips-Bereiche freischeiden. Das ist wirklich doof. Aber ich verstehe den Grund, warum man das so... Dann sammle ich noch mal was da drin. Also das ist wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich muss sogar gleich noch eine Box bauen. Äh... Nein. Der war nämlich hier. Genau da. Das ist wieder so eine Heizung, ja, ne? Oh, das war eine große Heizung, die kann ich ja noch gar nicht bauen. So... Was haben wir denn hier oben? Hier ist sogar Wasser, ey. Hier ist noch mehr Wasser. Auch so ein... Neues Text. Heute Morgen, am 17. Tag unserer Reise nach Stigma, verließ das Schiff und möglicherweise die Hyperraumgeschwindigkeit. Negativations-Tools spielten verrückt und die gesamte Leistung des Schiffs fiel ab. So, als ob von etwas Äußerem erzogen worden wäre. Wir werden versuchen, eine Notlandung auf diesem unberechenbaren Planeten durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, was wir dort finden werden. Das scheint einen riesigen Sturm an der Oberfläche zu geben. Ich hoffe, ich schaffe das. Wir schaffen das. Okay. Also das hier war also sehr ungeplant. Oh, hier ist wieder das Mikrochip-Bauplan. Sehr schön. Scheiße, was ist das denn? Ein Fusions... Ein Fusionsreaktor. Okay. Kann ich da Uran reinstecken? Oder... Ne, das funktioniert nicht. Okay, ich werde jetzt nochmal diesen Fisch hier mitnehmen. Sonst gehe ich wieder raus. Muss ich mir merken, weil hier ist noch einiges. Ich hoffe, ich finde eher aus. Jetzt rieche ich wieder noch hindartig sogar. Ah, ich bin gleich da. Komm, 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 komm. Ja. So. Boah, ich... Noch so ein Ding. Ich könnte nochmal Heizung bauen. Oder? Heizung. Ja, ich kann noch eine Heizung bauen. Nein, kann ich nicht. Na ja, das ist mein Heizungsraum irgendwie. So. Ich könnte noch so so ein Sauerstoff-Ding bauen. Eisen. Ich kann noch so... Silizium noch mehr. Kann ich das irgendwie erweitern, dass ich hier noch etwas dran bauen kann? Das. Kann ich preisen. Es war nicht kein Eisen. Weil ich denke, ich kann damit ja mehr machen als nur dieses... Das ist Titan. Das ist Silizium. Weil ich glaube, ich werde jetzt erstmal auch eine Zeit lang hier ein bisschen erforschen. Also das ist ja... Ja, das sah so aus als... Äh... Oh ja, jetzt hat man hier mehr Platz. Verstehe. Sehr schön. Ach... Ach... Ich hab mein Handy mehr. So. Ähm... sonnen kollektoren kann ich jetzt bauern das ist interessant das kostet diesen cobalt cobalt machen aber erheblich mehr energie anscheinend heizung erzeugt eigentlich so eine heizung nicht auch auf eine gewisse art energie aber gut so baue ich noch ein bisschen hier irgendwie wird das hier dann eher meine base es geht nicht das hier dran naja wird er was längliches stufe euch nur ein ok oder das war noch eine kiste sehe ich gerade tunesien scheiße bis jetzt macht es mal eigentlich viel spaß ich bin auch direkt am anfang so auf jeden fall noch mal sauerstoff ja ich habe nur das hier doch nicht so zu baut ich brauche mal so ein fortschritts eisen und cobalt also eisen brauche ich viel muss sagen oh pflanzenröhre schon für zwei das sollten auf jeden fall helfen ich gucke mal was da unten in der truhe ist wenn ich schon mal hier bin warum hier so mit da gibt es irgendwo einfach mal so eine box steht jo titan reisen nehm ich mal das eisen mal mit also grundstoffe sind das gut zu wissen ich würde mich hier gerne so das treppe meilen stellen ich kann sogar drüber bauen das ist ja wahnsinn oh wieso kann ich da nicht anbauen irgendwas stört da naja so ein fortschrittsbildschirm hätte ich gern also im moment sieht es so aus der 1,44 kti der höchste wert ist die wärme zurzeit 0,9 erhöhung das niedrigste ist der luftdruck das stimmt ich habe noch keinen ich habe ja so ein bohrer dann können wir einfach mal irgendwo hinstellen und so ein energie den könnten wir einfach mal hier hinstellen weil das dass sich die werte bis stetig steigern also ich soll ja so ein blaues ich habe ja noch keinen blauen himmel aber da scheint sich jetzt ein bisschen zu ändern platzenröhre 2 das erhöht natürlich den ausstoß glaube ich mein problem ist essen ich kann nicht ich kann im moment noch kein essen herstellen und das macht mir ein bisschen sorgen weil ich abhängig davon bin dass es ist mit dem raumschiff wo ich gerade eben war da gibt es ein bisschen aber ich muss aufpassen weil das leben nimmt dadurch ja immer nach einer zeit ab oder habe ich übersehen dass ich essen erstellen essen kann ich nicht erstellen so ich weiß ich will wissen was ich alles tun muss damit ich das schnell mal hinkriege wärme ist das mit dem bildschirm loybox platzscher nichts geschieht hier ist nicht mal wasser hat ob es das einen guten nachmittag dir wünsche ich dir auch ja ich hoffe es geht dir gut in leiter verbindungsleiter zwischen wohnmodulen also okay so ich kann jetzt ja die schlüssel schlüsseln mit wirklich ganz okay ja ganz okay ja gerade hier ein bisschen beschäftigt um dieses spiel zu lernen ich habe jetzt schon stufe 2 stiefel 8 darum wollte ich das stufe 2 stiefel super legierung habe ich aber nur eine gefunden irgendwie also kann ich ihn noch nicht toll ich kann ich habe nur vier plätze was soll denn das ich habe wirklich ein bisschen schneller aber ich muss jetzt noch mal hier rein ich hatte hier nämlich irgendwo essen gesehen nein da war kein zimmer das war diese ecke war leer dabei ist genau auch essen ich kann jetzt eins aber essen so dann habe ich wieder einen platz frei noch mal man nicht jedes mal wenn ich hier drin bin habe ich problem sauerstoff so konstruktions mikrochip erforderlich ich weiß gut ich habe schon mal die jetzt brauche ich jetzt nicht es wäre gut wenn ich es bereue ich bräuchte eis eis und sie liebt sie haben ok 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 silizium ist das magnesium ist das silizium sieht noch silizium aus ja ich war unbedingt besseres inventar und ich muss irgendwie rausfinden wie ich essen hersteller ansonsten bin ich wirklich darauf mein gut glück verantwortlich stellen wir noch der wird jetzt wieder abstürzen glaube ich ja er wird wieder abstürzen jetzt euch zu fassen ich habe kein eisen ich habe kein eisen ich habe kein eisen ich habe kein eisen also ich habe gelesen dass man hier sehr sehr viel entdecken kann und es soll auch irgendwelche geheimnisse geben aber bis jetzt komme ich ja gar nicht hiervon weg naja ich habe kein eigentlich obal kobalt sedition haben wir das für dann könnte ich so ein sonnenenergie ich finde auf so einem planet ist das eigentlich keine gute sache eigentlich müsste man irgendwas bauen damit man sehr sehr viel co2 und den auf den boden werfen ja natürlich ich bin dann eigentlich da reinlegen so dann erhöhen sich hier auch diese die sauerstoffentwicklung warum man das in innenräumen machen muss ich habe keine ahnung alles gut jux ich bin immer noch nicht ich frage mich immer noch warum das in innenräumen stattfinden muss weil man braucht die sauer den sauerstoff hier draußen und nicht da drinnen zur entwicklung das ist ja dann ich brauche aber noch mal kobalt ich muss wieder sauerstoff herstellen das spiel sogar soll sogar drei verschiedene enden haben wo man sich irgendwie entscheiden muss für irgendwas ich habe keine ahnung wie man hier 3 planeten die luft sprengt vielleicht am ende dann doch stellen wir hier noch mal ein paar heizungen so sieht es aus also wir haben habe ich als sehr hohe produktion sauerstoff habe ich jetzt auch eine sehr hohe produktion luftdruck fehlt mir aber noch den ausgleich zu schaffen irgendwie kann ich sogar ein buch einbauen sehr sehr schön dann würde ich doch mal eisen sind bauer plan um neuen rucksack neuer rucksack priorität erhöht neuer rucksack ich habe stufe 2 gar nicht gemacht eisen und silizium brauche ich erstmal eisen und silizium also ich nehme auch ein bisschen kobalt mit rucksack ist gut mehr mehr tragen ist immer gut eisen und silizium da vorne das eisen ich bin der tour hatte ich noch was übrig ja ob man irgendwann mal ein auto bauen kann oder so hat keine ahnung genauer rucksack erst mal den rucksack 2 und dann habe ich jetzt aluminium 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 und titan war hier hinten irgendwo habe ich nämlich noch nicht aufgesammelt zwar magnesium im moment rüste ich mich eigentlich nur selbst auf ich brauche noch mal ein bisschen eis neuer bauplan innenleiter ach so das ist der leiter ich dachte es ist der innenleiter ich dachte dann kann ich leiter nach oben machen verstehe ich brauche ich jetzt noch nicht schön dass man kann so rucksack 2 sehr sehr schön jetzt habe ich mehr jetzt ist doch viel besser jetzt habe ich hier viel mehr platz so ich wollte aber hier auch nochmal wieder wasserflasche sauerstoff noch eine wasserflasche noch ein sauerstoff da habe ich nämlich hier auch dann sofort was trinken wird sich mit dem essen nervt so wenn hier nochmal eine heizung bauen wenn wir schon dabei sind wahrscheinlich wird jetzt strom der wieder ab äh ausfallen ne noch nicht es ist aber gut wenn ich dann nochmal eisen silizium kobalt damit ich noch mehr strom habe also ich denke wenn man das spiel kennt irgendwie dann weiß man direkt was man tun muss das geht dann wahrscheinlich viel schneller ein robald eisen titan ok ich brauche gerade kein lichter aber die beweglichkeit wäre viel schöner ok oh ok ich habe jetzt mehr platz ne ich halte mich doch zurück wieder also ich brauche silizium das eisen also silizium ähneln sich sehr für mich dort ist ein anderer anderer kleiner erster außenposten wo man absturz stelle war aber die erhöhte bewegungsschwindigkeit ist auch nicht schlecht so habe ich ein kobold bald nicht kobold ich hätte mal ganz kurz rein gehen können sauerstoff also der also der himmel ist zwar noch nicht blau aber ich glaube wenn ihr uns der richtigen farbe sie war vorher gut so genau energie sehr schön so dann habe ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr energie dann brauche ich gerade überhaupt nicht was ist das exoskelett erhöht auslustungskapazität das habe ich gar nicht gemerkt dass ich das machen kann toll ich muss sich das jetzt so dann habe ich das anscheinend kommt aber noch mehr aber jetzt kann ich wenigstens alles so jetzt sollte ich mal speichern dass wir auch eine gute sache ich habe mich noch gar nicht gespeichert gut so dann kann ich das nämlich so gut dann kann ich das nämlich anfügen mache ich immer die stoffe rein alles so sehr schön kann ich nämlich jetzt endlich wieder ein bisschen gluten aber was zum beispiel jetzt noch was würde mir jetzt bringen wenn ich jetzt mehr daran erstmal rein heizung stufe 2 ok bessere sonnenkolle also es ist allgemein das terraforming bildscher fortschritt muss ich jetzt auf jeden fall machen leuchtfeuer das skelett halte bohrer luftdruck bohrer 2 wohnmodul keine ahnung was mehr ich habe stufe 2 heizung bekommen sehr sehr schön kann ich die denn jetzt sofort bauen aluminium titan zwei iridium also ich gehe jetzt noch mal sammeln aber ich muss wirklich jetzt müssen sammeln ich nämlich jetzt nochmal ich kann mich jetzt viel schneller bewegen ich kann alles andere auch machen so das war nämlich hier so so die ganze sache mal mit ne hier ist aluminium titan so gäbe es denn hier noch was ja stimmt hier gab es noch was und die sachen erstmal zurück ich wieder besseres inventar so leute da bildschirm fortschritt genau was brauche ich denn dafür ja ich brauche kobalt aber ruhig mehr schnell kobalt weil das ist eine quest sache die ich da machen muss wenn ich kobalt finde wäre das toll ich habe mich ja gefragt ob sachen endlich die endlich sind und anscheinend bis jetzt sind sie nicht nachgespawnt war hier noch kobalt drin nein aber da ist kubalt da ist wirklich gerade probleme nämlich alles ankommen nämlich die noch zwei kubolt kubolt blauen kobold das sind schlüpfe ich nehme die schlüpfe mit oh verdammt ich habe überlegt jetzt was damit zu nehmen dauerlich bei mir geguckt genau deswegen so fortschrittsbildschirm es ist eine an der wand und aktuelle stufe unfruchtbar nächste stufe blauer himmel ich habe 3,18 prozent fertig was was ist das was kommt wieder hat meteoriten oh mein gott das will ja ich hoffe die können meine gebäude nicht zu stören ich habe da richtig panik vor so heizung genau iridium ach ich kann da draufschreiben was da reinkommt na gut dann tue ich das aber erstmal da rein das auch da rein da rein so stopp nochmal ach du scheiße ich habe hier noch nicht den außenbereich erforscht ich bin nur sofort reingegangen ich sollte mir auch mal in den außenbereich schauen aber ich habe hier auch noch innen sachen dran so nochmal wasser wasser aber ich mache das ich sortiere das später mal das ist jetzt erstmal alles sehr provisorisch verdammt verdammt mein essen geht es noch neige ich weiß nicht was ich tun soll wenn ich kein essen mehr habe also das ist wirklich ein problem dass ich bis ich kann wasser ich kann sauerstoff herstellen aber irgendwie nahrung oder sonst kriege ich nicht hin ja ich bin jetzt wieder falsch hier habe ich noch nahrung das ist sehr gut auch noch nahrung ich weiß nicht was ich da reintun sollte sich da uran brennstäbe oder sowas ähnliches meintun und warum ist es hier hier habe ich sonst alles das ist die nachricht dass sie da abgestürzt sind wie dieser straffel zirella 4 heißt dann habe ich habe mich jetzt hier alles gelootet ich habe hier alles gelootet das hier war aber kein frachtschiff dass das ist man das scheint mir eher so eine art hier schiff gewesen zu sein hier war noch was die konstruktions mikro schiff zwei erforderlich okay ich habe sauerstoff verpasst eben meine güte okay okay kann man da drüber doch hier stellen da was an die band hängen so ich muss aber das unbedingt noch weiter erhöhen silizium reingemacht die ganzen sachen kann ich sofort herstellen es kann sein dass ich jetzt bald wieder erkunden muss weil ich sonst kein essen also das ganz ganz nervig ich weiß sonst nicht wo ich würde ich hier noch mal ich brauche ich dann werden wir das noch mal stufe 2 auch nicht schlecht wärme ich habe kein zweites iridium aber ich kann auch mal eine wärme einheit hinstellen und passt sogar perfekt hier rein sehr gut dann bist du es schnell auch wieder hochgehen es geht nicht so schnell hoch wie ich eigentlich gehofft hatte das dauert ja ewig okay noch mal sauerstoff eine andere sache bevor ich jetzt weiter gehe ich wollte ich hier erst noch hinten was gucken ist hier hinten noch irgendwas das ding ist nämlich auch irgendwie groß oh what the fuck ist das denn eine goldene statue find first golden seed iridium starb oh kann ich das da unten in extrem verdichtet kann ich das unten in dieses in diesem reaktor stellen ehrlich ich sollte wirklich die umgebung bisschen mehr untersuchen da komme ich irgendwie nicht hin meiner frage wenn ich jetzt dieses nicht erst mal sauerstoff tanken da 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 vielleicht ist ja auch dieser iridium starb dafür notwendig dass man jetzt dieses dieses reaktor starten kann vielleicht passiert ja dann irgendwas und ich habe noch bekommen mehr oder so da bin ich jetzt sehr neugierig ich kann hier nichts machen ich habe keine ahnung es ist leider schade ich dachte ich brauche ich so ein uran stab wenn ich so ein uran stab bekomme dann funktioniert das vielleicht aber das werden dann irgendwann mal anders sehen so aber gut dass ich mir das noch mal angeguckt habe vor allem muss ich mal was trinken auch hier in realität malung bewässerung niedrig ja ich muss mich bewässern so jetzt gehen wir weiter jetzt laufen wir nochmal zurück zu meinem ersten ort hier ist kobold es liegt hier einfach kann es sein dass diese asturiden mehr neue sachen bringen jetzt sehe ich jetzt erst was ist das soll da hinten eigentlich noch ganz viel weil hier ja meine erste abschutzstelle war hier war doch alles voll so was hatte ich denn hier drin ich hatte hier kobold kobold ich sage immer noch kobold Sauerstoff hallo firehawk ja also subnautica fand ich auch sehr toll hat mir Spaß gemacht auf jeden fall ich stelle mal diese sachen hier rein die brauche ich ja nicht kann ich hier noch so eine pflanze hinstellen oder eine kleine reisen reisen eis eis ja also wie gesagt bis jetzt macht es mir spaß und man merkt auch dass das ähnlichkeiten hat finde ich das silizium weil subnautica mochte ich das setting jetzt nicht so sehr an sich weil ich mag unter wasser sachen eigentlich nicht aber es hat mir spaß gemacht einfach dazu erforschen und so weiter also dieses erforscherdrang aber es tut mir leid wegen der werbung sorry ja wie gesagt es ist ich finde das spiel hier ziemlich gut und subnautica hatte mir damals auch spaß gemacht ja aber ich finde es bis jetzt sogar etwas besser als subnautica meiner ansicht sondern stellen wir den mal rein so ja jetzt wächst er weil ich mag dieses unter wasser das unter wasser ding nicht also sich so unter wasser zu bewegen das fand ich immer sehr anstrengend an sich so da ist glaube ich noch eine truhe das ist sehr schön wenn da eine truhe ist da kommen mal hier habe ich auch essen essen sehr schön habe ich natürlich die dinger mit die ich eher nicht so herstellen kann oder normalerweise hier draußen überall rupf finde das sieht aber künstlich aus dass da vorne oder es ist sehr komisch auch das noch ein abgestürztes raumschiff sauerstofftankstufe 3 ja super jetzt kann ich es grad nicht herstellen aber gut nein Eisen 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 Titan Eisen Eisen Titan ja das stimmt also es bringt einen wirklich dazu hier weiter zu machen dieses nach und nach vorankommen das ist dann immer noch extra eine tür bauten muss jetzt habe ich sie gesehen da haben sie die zielungen sind die zielwahl und oben rechts sieht man ja dieses terraformigen decks und es soll sich auch verändern das gebiet das ist dann interessant und sauerstoff und los schauen wir mal was das denn hier für ein schiff ist ja hier war wohl eine glasscheibe die ist weg ok ok das ist radioaktiv kann man das abbau das essen immer gut es scheint auch irgendwie hier ist noch mehr so kleidung ok die habe ich noch nicht und natürlich ein microchip auch dann so sehr schön ich glaube hier kommt man irgendwie hier kann man abbauen mal schauen was hier noch ist ich muss kurz raus ich hänge hier ja ich hoffe dass man den fortschritt sieht sonst wäre es ja doof ok 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 ich muss mal ein bisschen lagern ich muss irgendwann mal eine feste basis haben von wo ich alles koordiniere das ist aber solange ich nicht weiß wo ich essen her bekomme außer dass ich sie plündere muss ich das dann erstmal so machen das sieht ja heftig aus das ist da vorne los ok die musik erinnert mich eher an deus ex so ein paar töne wer spielt es in dem universum wer weiß ne ähm die musik erinnert mich ein bisschen an deus ex Toll, ich suche Eisen und hier liegt Eisen vor der Tür. Jetzt soll ich es nicht so fassen. So. Müssen wir die Sachen einlagern, damit ich so ein Zwischenlager wieder habe. Jetzt hat es eher so Terminator-Vibes und die Musik. Ja, natürlich. Also, ich gehe davon aus, dass bei den meisten das Essen am Anfang eher so eine Hauptsorge ist, weil Eis und Sauerstoff kann man herstellen, aber Essen irgendwie nicht. So, Eisen, genau. Aboll. Aber an einer Windkraft ergreift erst mal für den normalen Brauch. Und dann kann ich hier notfalls essen, aber hier gibt es einen Sauerstofftank. Ich bräuchte Eisen, Titan, Silizium, Magnesium. Das kriegen wir da hin. Eisen. Das habe ich denn hier alles. Ah, Bewässerholen niedrig, ja genau. Bewässerholen, ich muss dich bewässern. Und da, 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 da. Ups. 280 wahnsinn ja ja ich muss mal duschen schütters in den raumanzug den ich habe durch jetzt kein eisen dafür gehabt aber sehr schön dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr sauerstoff habe das hat mir wieder ein bisschen mehr zeit außerhalb ja so hier lang genau also die könnten mal aufräumen nach dem absturz wäre meine idee jetzt ganz viel iridium toll ich hätte in den süden gehen sollen eben etwas viel schneller gefunden das ist schon eine art aufklärung schiff glaube ich werde ich das schiff von dem anderen ein werber blöd mit beiden abstürzen jetzt hier so eine heizung bauen das natürlich jetzt sagen hey du hast kein strom was für zufall als hätte ich es gewusst braucht sogar mehr braucht sehr viel mehr ich werde da noch mehrmals reingehen keine sorge ich denke mir sowieso dass man hier so einiges erstmal verpasst ich brauche wieder reisen also erstmal nicht sagen ja jetzt hört sich an als ob es gestartet ist ja sehr schön ich verstehe immer noch nicht warum uns im gebäude macht es muss ja hier drin jetzt eine sauna sein im grunde weil es abgeschüttet ist ich gehe sowieso davon aus dass man hier irgendwelche nachrichten noch nicht gesehen hat nehme ich natürlich aluminium mit weil ich das bisher noch nirgendwo berg bauen konnte solarkollektor 2 gelernt ja hoffentlich vergesse ich es nicht habe ich jetzt hier alles naja aluminium noch mal mitnehmen der chip das ist das ist so was habe ich denn jetzt eigentlich es ist wichtig dass ich jetzt mitnehmen da ich hier auch mal noch mal so ein ding bauen hier eisen eisen silizium inventar ist voll ich habe mich verkehren gerade jetzt habe ich nicht gesehen was ich bekommen habe egal jetzt werde ich schon sehen das sieht wirklich konstruiert aus oder oben ist sogar mit teilstreben okay ich wollte so ein ding das verursacht wieder wir stürzen ich will eigentlich jetzt keine große base bauen aber die zwei sachen können wir dann machen wir nicht schon mal hier bin titan titan jungs preisen titan titan also eigentlich noch ein bisschen mehr als ein bisschen platz getan es gibt sie nicht so ein strahlungs index ja durch die fehlende atmosphäre du hast jetzt noch strahlung oder sowas das wäre jetzt noch ganz witzig gewesen ja sehr schön so geht nur darum dass ich jetzt hier dieses diese andere pflanze rein mache gut ich würde gerne wissen was das für baupläne sind ob es sich lohnt jetzt zurück zu laufen das wasser habe ich okay beim letzten habe ich so eine goldene truhe gefunden wer weiß naja hier ist nichts das wird auch zu einfach gewesen da ist eine truhe schein von oben runter gefallen da ist wieder so ein metall streben essen essen und uran nahrungssüchter und oh mein gott nahrungssüchter das hört sich richtig an das hört sich richtig richtig an nahrungssüchter und wieder so warte mal bevor ich hier ich will eigentlich hier da liegt ja noch was da ist ja auch noch eine sonde wer hat denn diese planeten so voll gemüllt nehme ich die mal mit so das möchte ich jetzt ist ich habe natürlich die blöde basis da oben hingebaut und ich brauche einen rover oder sowas das ist ja nicht zu fassen was mir hier läuft und im grunde bin ich doch gar nicht weit gelaufen ja hier mein level ding nochmal rein so aber ich habe hier so bau dinge dann kann ich das direkt mal machen ich ich gucke kompass what ok da baue ich den mal silizium und magnesium wird ja in der nähe sein irgendwo magnesium sehe ich schon und silizium sehe ich sofort sehr schön dann weiß ich wenigstens wo es irgendwie naja sagen wir mal Norden oder Süden ich weiß nicht es ist ein fremder planet das kann man jetzt nicht so sagen das muss natürlich auf den planeten bezogen sein ich habe natürlich Platz ah es gibt wirklich ein Norden und Süden ja da können wir mal darüber diskutieren ob das so nicht so realistisch ist es sei denn irgendwas bestimmt den Norden ja auf dem planeten hier das kann natürlich sein aber es gibt ja so eine aber man benutzt es ja auch für generelle äh ich muss mich wieder nass machen äh es ist ja natürlich auch so eine generelle Richtungsangabe wenn man sagt ja das ist der Norden sagen wir mal darauf ja gut ich gehe jetzt nicht von 100% ich mag Spiele die sehr sehr realistisch sind ähm da kommen noch ein paar andere Spiele die ich gerne streamer oder so spiele die wo der Realismus dann sehr hoch ist zum Beispiel U-Boot oder so Doppelbett ja ich komme 2-3 U-Boot kann man so richtig auf Realismus spielen das ist zum Beispiel so ein Spiel wo man sagt ja wie realistisch willst du ein Survival Game haben ne das ist ich habe das hier jetzt auch gerade nur auf dem normalen Schwierigkeitsgrad weil ich erstmal mit dem System raus kommen möchte bevor ich dann wirklich schwieriger mache und ich wollte jetzt den Nahrungsding machen genau hier diesen Nahrungsintesern ich brauche eine Wasserflasche ihr wollt mich verarschen ich habe gerade getrunken hey ehrlich aber man muss natürlich in Spielen auch immer wieder Abstriche machen zwischen Realismus und Spielbarkeit ne also wenn irgendein Spiel mal hyperrealistisch ist dann kann das sehr sehr frustrieren dann macht es auch meistens eher keinen Spaß da muss man immer ein paar Sachen machen und das hier ist ja sowieso ein bisschen spielerisch ne also das Wasserflasche der Nahrungshinteser also stellen wir die Städte hin sieht auch nicht aus kann ich dich hier hinstellen nein hier die Ecke vielleicht genau Glas okay die Samen ich habe doch hier irgendwo Samen hier aubergine aubergine Samen genau machen wir mal eine aubergine ist bestimmt nicht das achst du das Geschmack ich sagst du 30 Cent okay kriege ich natürlich jetzt essen wenn das irgendwann fertig ist aber dann müsste ich ja jetzt sehr viel das ist dann abhängig davon woher ich die Samen kriege das ist ja dann auch doof finde ich na gut ähm Kommunikationsantellen übertragen aus dem Weltraum was mit wem rede ich denn dann Leuchtfeuer hilft dir den Weg zu finden das ist bestimmt praktisch und bestimmte Gebiete zu markieren ich sehe jetzt erst hier Bildschirmwetter zeigt dir die Kommunikations- und Empfangen übertragen um es ist bestimmt wichtig für die Story der Außenwelt kommunizieren und dann ich kann alles Silizium na gut konzentrieren uns darauf ich hoffe dass es jetzt Nahrung gibt äh ich hätte vielleicht einiges wieder lagern sollen aber das kann ich gleich machen aber das kann ich gleich machen so so aber äh der braucht gar kein Eisen ne doch Eisen, Silizium, Aluminium aber ich brauche ja auch so einen Bildschirm das brauche ich nochmal Silizium ähm der Mars Riesen und Silizium älgeln sich sehr manchmal finde ich aber weil diese äh survival dingen ne also ich denke der realistischste was so so werte angeht wie du äh wie es dein Wohlbefinden gibt es glaube ich bei Scum wo du ja auch da so dein Kalorienverbrauch und deine Energiewerte hast und all das oh hier sehe ich ah wieso ist denn hier jetzt die Energie ausgefallen das ist jetzt doof warte mal ruhig noch Kobold ich sag immer Kobold naja das war der Nahrungsding das Nahrungsding wahrscheinlich komm 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 ist aber spät ausgefallen das heißt der Energieverbrauch wird höher um zweimal Kobold zu holen sollte ich vielleicht ja also bei Scum ist das auch sehr heftig für dich wenn du da zum Beispiel keinen Zucker hast oder so wo kriegst du das jetzt her ne und das ist äh einige mögen das ne ähm ich find's aber auch immer gut wenn man dann so sich auswählen kann wie realistisch du etwas haben möchtest ähm willst du bei irgendwas so zum Beispiel hier ähm ähm bei dem Aufbauspiel Sowjetrepublik ne der Realismusmodus ist ziemlich heftig ähm ähm auf dem Aufbauspiel bezogen natürlich aber du kannst trotzdem manuell noch einstellen wie realistisch du haben willst ob du wirklich mit dem Abfall zu tun haben willst oder willst du die Probleme mit der äh Heizung oder so nicht machen und so das kann man alles einstellen es kam war das jetzt nicht so dass man das einstellen kann das ist äh wenn dann und das Server Einstellungen kannst du dann da ein paar Sachen modifizieren dass ihr vielleicht hilft oder so aber sonst ist es gibt leute die mögen das die haben da richtig spaß dran und dann sollen sie auch ihren spaß dran haben finde ich aber bei mir gibt es dann auch immer wieder so unterschiede natürlich den großen mal so aber jetzt habe ich natürlich das Ding wieder ich kann die Antenne aufbauen so ich überlege gerade ob ich das ich würde das gerne kann man das hier irgendwie dann mein gott ist das wieder wow frisst das Energie legt der Brett hier was zur Hölle mach erstmal weg also da muss ich noch Energie machen das frisst ja meine Güte ich würde es aber auch dann anders bauen glaube ich wie sieht es auf öffnen nahrungszüchter also der bewegt sich also der entwickelt sich aus das finde ich cool wenn man sich das so ansieht wie er sich da entwickelt ich finde aber der frisst ein bisschen bewegt sich ein bisschen wenig ich brauche ein bisschen eis manchmal merkbar wie ich unkoordiniert hier rumlaufen also mein terraforming ingressis 28 kti bis ich darf fertig bin das dauert bis der blaue himmel da ist es dauert noch ein bisschen aber jetzt dunkel geworden bis der war bis der gravage bis der bis der bis der bis proposed es geht bis der ist auch ziemlich schick aus ich würde die basis ein bisschen mehr ausbauen ich brauche ich für reisen wieder wie viel frisst der ich muss noch ganz schauen wie das wie viel das strom frisst habe ich irgendeine kiste die Scheiße! Die kommt doch auf mich zu! Wird ihr mich treffen? Aluminium, wo warst du? Boom, boom, da warst du. Ich habe überlegt, dass ich die da irgendwo anders herstelle. Ich würde es gerne noch da ausbauen. Habe ich da irgendwelche anderen Samen gefunden außer Aubergine? Ah, und das nicht. Jo, das wird ein interessantes Essen. Guck mal, hier wächst es richtig. Also ich finde es schön, dass man das sieht. Aber es braucht... Ah, hier steht sogar Energie. Okay, 15 Kilowatt. Das ist... Ich muss immer mal gucken, was ich... Also Leuchtfeuer, interessant. Ich habe gerade bei 18% fertig. Bis zum blauen Himmel. Niedrigster Wert ist Wärme und Luftdruck. Gut. Ich denke, ich werde die Basis ein bisschen aufbauen, ausbauen, damit ich da mehr machen kann. Das heißt, ich brauche mehr Eisen. Vielleicht sollte ich erstmal ein paar Sachen lagern. Ich brauche unbedingt irgendwann mal so eine Art Lagerraum. Wo ich sage, da kommt dann mit dem... Weil ich... Ich habe ja gesehen, dass man hier den Text drin hat. Dann kann man nicht solches... Ein bisschen Ordnung drin hat. Ich brauche jetzt gar kein Iridium. In dem Moment, wo ich meine Grundbedürfnisse befriedigen kann und weiß, dass das hier funktioniert, werde ich wahrscheinlich ein bisschen ruhiger sein und dann mehr in Ruhe aufbauen können. Ich habe gesehen, das Spiel hat auch ein Kreativmodus, wo man nicht dieses Problem hat. Ja, aber dazu wollte ich das erstmal nicht spielen. Es ist Eisen vom Himmel gefallen. Ist das nicht nett? Okay. Ist mir aber zu viel... Oh, hier liegen da noch ein paar Sachen. Ich will da ein bisschen Eisen. Silizium. 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 Also ich habe auch auf normal jetzt gespielt. Also eingespielt. Da habe ich auf normal jetzt gespielt. Ich glaube die einfache Version ist wirklich für Leute, die noch nie so ein Spiel gespielt haben. Damit die auch nicht diesen, oh ich habe keine Essendingen haben sozusagen. Dass das nicht so schlimm bei denen ist. Aber sonst spiele ich sowas beim ersten Mal auf normal. Also im normalen Schwierigkeitsgrad. und der kreativ modus ich finde den auch etwas zu langweilig aber ich kann verstehen dass man den auch gerne mal hart also dass man wirklich sagt ich möchte mal richtig schön bauen einfach schön bauen aber das kann man auch wenn man das ein bisschen im griff bekommt mit dem essen und bitte trinken und dem sauerstoff und ich gehe mal davon aus dass irgendwann mal dieser planet so eine atmosphäre bekommt dann brauche ich keinen sauerstoff mehr dass ich das dann komplett erledigt hat das ist ja das besondere bei so einem survival spiel das wird immer einfacher je weiter du kommst ich brauche luft ich nehme mal ein wasser ding habe ich möchte ich wieder lust habe hatte ich hier nicht auch deswegen brauche ich auch dass ich so kühlschrank habe wo eis drin ist oder wort weil ich gehe mal davon aus dass ich irgendwann mal auch kein heißen befinden da muss ich wasser irgendwie anders besorgen exoskelett 2 da wird super immer schön wenn man irgendwas exoskelett war ich brauche magnesium und aluminium habe ich aluminium noch oder habe ich das jetzt alles verbraucht weil ich habe immer noch keinen absport dafür ich glaube ich habe es verbraucht ich habe noch eins das für es alle exoskelett ist es gut ist bei 60 prozent zirka und dann brauche ich hier nur noch die magnesium das liegt das liegt ja das liegt ja hin das ist jetzt macht es recht spaß und ich bin und es wird bestimmt auch interessanter werden sich der planet ändert und dann neue herausforderungen sind zum beispiel sich diese höhlen öffnen weil das die temperatur warm genug ist und so weiter da bin ich mir so extra jetzt kann ich vier sachen machen ja ich bin mir sicher ich habe halt ein bisschen gelesen auch das ist hier so eine so geheimnisse gift zu finden sind so ich wollte eigentlich fast auch genau der fester und genau genau titan brauche ich noch die tarn war ja da hinten ganz viel oder hier wieder als ich ja hier das spiel angefangen habe da konnte ich ja kaum fünf meter gehen ohne dass ich kein saubermischstoff mehr habe und jetzt geht es ja wieder also es geht immer besser je vielleicht finde ich es vielleicht finde ich es nicht wir werden sehen ich würde schauen also im moment will ich einfach erst mal alles selbst erkunden ganz viel eisen das finden 0,0 einfach das ist wie bei baldus game 3 er hat diese geheimnisvolle insel die doch kaum einer gefunden hat ich finde sowas toll wenn man etwas um das habe ich bei meinem letzten laufen gibt es ist das so wie bei skyrim na egal wie viele stunden also ich habe da 800 stunden rein investiert damals na und wenn ich es neues gefunden und ich finde es faszinierend wenn das spiel so was kann so jetzt schauen wir mal ob ich das irgendwie erweitern kann ich habe warum will er das nicht das kann erweitern was ist das denn das habe ich jetzt gemacht wie sieht es aus mit der großen das ist aber auch der riesen aubergine jetzt hier noch ich würde eigentlich gern auch die richtung bauen sonst muss ich nach oben bauen ich will nicht hier auf die seite bauen wahrscheinlich wegen dem felsen irgendwie hat der so ein reichweiter es wird nicht meine endgültige basis sein das ist jetzt erstmal meine erste vorgeschobene basis dann irgendwann mal suche ich einen punkt wo ich mir riesen teil genau so ich habe ein bisschen mehr platz ich will es irgendwann schön haben das ist so ein schöner komplex wo ich kommando zentrale habe da ist die nahrung da irgendwas anderes da kommt stimmt noch züchtung oder so was wahrscheinlich irgendwie keine ahnung ich habe ein viertel jetzt fast fertig naja das ist sehr schön nach 22 stunden habe ich für ein viertel fertig bis zur ersten blauen stufe so ich wollte aber genau das ist ein bisschen cobalt ich brauch ja hier oben kann ich ja auch noch bauen was getan weil ich habe ja auch irgendwie wo war das diese treppe hier wie funktioniert das eigentlich das muss ich mal testen also das ding ist über mir da da müsste er das irgendwie hier es ist eigentlich dort teleport sehr einfach aber es funktioniert gut zu wissen so aber für die das erzeugt mit noch am meisten das bin ich gern aber ich habe kein aluminium mehr also gehe ich mal hier das ist jetzt nicht schlimm ist man kann es ruhig einfach machen wenn es so ganz funktioniert je komplexer es etwas ist umso eher verursachtes bugs und das hier ist ja jetzt nicht gerade ein ich glaube das ist ja auch ein indie titel also es waren nicht sehr viele leute die das hier gemacht haben und ich hatte damals die alpha mal gesehen also die erste version und da dachte ich mir oh gott sieht das schrecklich aus ich habe es erstmal aus den augen verloren das spiel ja gut ich habe ich nicht viel basisbau betrieben das weiß ich auch nicht mehr ich war froh dass ich überhaupt die ort habe wo ich luft schlachten konnte ich fand die story interessant ich werde es erstmal eine haufen kobold kobold nicht kobold ich sag mal noch kobold noch mehr kobolde trotzdem ist ein bisschen silizium noch einsammeln blau kobolde sind für mich ich bin mir sicher die lag nicht hier die ganze zeit und wenn doch bin ich doof habe ich natürlich die nahrung mit ich nehme nicht weg dann nehme ich das nämlich mit mann 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 liegt ja im sand so eine truhe ich habe ja immer erst gedacht das wäre der mars da ich die planeten sehe und die monde denkt weiß ich dass es nicht der mars ist sieht aber sehr ähnlich so wir haben jetzt wo sieht das jetzt aus 90 prozent das ist aber riesenteil mann da werden die hopp ist aber stolz drauf mal bauen wir den da hin gut dann kann man nämlich hier also wenn ich meine feste bar richtige basis baue dann werde ich auf jeden fall so ein ganzes biet man hier kommen die ganzen kollektoren hin und energie kernkraftwerke oder sonst was zug ist sieht eigentlich aus es läuft aber nicht so schnell wie ich eigentlich gehofft habe aber da hat man ein bisschen zeit soll ich wissen wie das mit dem essen hier ist hier 90 prozent immer noch nicht energie 15 aber ich wollte ja auch mal eisen und mannesium alternativen die noch ich ja ich 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 vorratsschrank das hört sich doch mal gut an was muss man braucht man für den vorratsschrank eisen 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 neue pflanzen sehr schön vorratsschränke sind besser als so kisten da kann man das bisschen auch nicht später ist auch deko wichtig dass man es gemütlich hat wenn man so seine wohnkuppel geht was fehlt mir ein zfakt so haben wir jetzt hier irgendwas hier ist 100 prozent es stellt deine gesundheit es ist was zu essen meine fresse aber es ist nicht so gut wie das ja das factory ist auch cool spiele ich sehr gern ich wachte immer noch dass es endlich full released wird ich habe mich sehr damit beschäftigt schon okay das wächst dann weiter aber die geschwindigkeit ist jetzt nicht so hoch wie ich gedacht habe ich müsste noch einen oder also vier sind glaube ich reichen wenn ich vier baue oder ich finde bessere samen also bessere nahrungsnamen aber es ist auf jeden fall gut so was haben wir denn noch recycling maschine wow toll was bringt mir das jetzt zerlegt objekt ihre hauptbeustelle kann ich wahrscheinlich wieder die sachen zurückbekommen die ich damit gebaut habe oder so das ist aber jetzt nicht so meine priorität finde ich ja 1.0 auf warte ich habe sehr viele stunden bisher in der factory reingemacht ich habe es auch ab und an mal ein bisschen gestreamt ist aber schon ein bisschen länger her ich mag wie es funktioniert das macht wirklich spaß ist alles perfektionieren ich bin auch jemand der gerne eine story spielt und diese artefakte die da sind die deuten ja eine story an aber die story ist noch nicht drin und ich freue mich wenn es da ist dass man da ein bisschen mehr gezielter machen kann aber schön bauen ist da auch sehr cool ich hätte eigentlich ein paar survival elemente vermutet dass ich da vielleicht mal schlafen muss oder das essen muss oder sowas finde ich hätte ich toll gefunden so ich wollte hier noch den strom verbrauch der ist nämlich ja ich habe auch mal mit jemanden zusammen das gemacht das ist doch viel einfacher auf jeden fall ich habe ungefähr 80 jahren rechts jungen sie sind jetzt mit dem das aber wenn ich jetzt hier so übertragungs ding baue ich muss noch ein bisschen sammeln okay ich habe jetzt das problem mit der nahrung etwas gelöst das ist jetzt nicht mehr so schlimm aber ich muss es ein bisschen erweitern damit ich da nicht so die probleme kriege nach einer zeit so glaube ich jetzt mit dem essen hier rum alles kenne ich auch da ich hatte auch mal überlegt jetzt einfach über nacht und jetzt mal laufen zu lassen um die ganzen materialien zwar weil es wird ja abend später wirklich wirklich dauert das na und das habe ich dann aber irgendwie dann nicht gemacht ich bin immer irgendwie versucht schöner zu bauen oder etwas zu perfektionieren oder auszuprobieren ja gut wenn ich mein film oder eine serie geschaut habe habe ich dem her auch nur ein bisschen so kleinigkeiten gemacht aber ich kenne leute die haben wirklich so ihren eigenen server pc gemacht der dann und so die ganze zeit 24 stunden lief das fand ich jetzt ein bisschen verrückt aber wieso nicht gibt es auch so ich brauche eisen ich brauche sehr viel eisen gerade ich brauche das eis wo ich zurück ich muss zurück der weg ist kürzer da gehe ich jetzt sehen und so was abholen wie so genau kürbiskerne hier für den maus ich wusste ich hatte doch irgendwo was anderes gefunden hier läuft auch alles ich finde das interessant also das entspannter an diesem spiel ist das jetzt nicht aktiv irgendwas sofort versucht sich umzubringen also keine monster oder so das finde ich ziemlich gut bei rift hat man immer den haie und vögel und irgendwas was ich immer versucht umzubringen auch bei satisfactory habe ich eher gerne also dass die viecher auf passiv sind weil das störte mich wenn ich dann da kann was verbauen überhaupt plötzlich kam so ein wildschwein vier jagen das fand ich dann immer sehr nervig so genau die eine müsste jetzt fertig sein oder ja die ist fertig also ich sollte vielleicht auch mal platz schaffen so wachstumsgeschwindigkeit 0,6 0,6 sie haben dieselbe wachstumsgeschwindigkeit 100 prozent samen zurückzubekommen das gibt es auch dass man es nicht bekommt ich freue mich auch auf die inhalte bin gespannt was da alles noch kommt genaus keine kommunikations antenne ach zeichen sind ich hilft das ja ich sollte mal was trinken wieder herstellen aber wir sind eine gewisse das wächst das wächst dann haben wir uns dieses problem gelöst erst mal und ich würde gern die antenne bauen aber ich habe jetzt kein aluminium er ist gut dann kann ich noch ein bohrer titan kann ich pflanzen röhre stufe 3 ich muss unbedingt irgendeinen spot finden wo ich aluminium finden kann dass das ist das nächste für mich aber ich kann auch mal eine heizung bauen ich hatte hier irgendwo 2 ich gehe mal davon aus dass die wärme nach draußen und es gibt es kein sinn da oben habe ich das goldene truhe schon gefunden ich gehe mal da vorne ich habe doch ich habe ich sollte ich meinen sollte man auch mal machen hier reisen behalte ich jetzt erst mal wenn ich das baue ich habe keine ahnung ob ich mal eisen finde und speichern sollte ich mal wieder also mein terapommel index er schleicht sich nach oben alle muss hier viel laufen wenn ich sehr viel notfallmodule titan und solizium wenn ich was finde dass ich dann da auch wieder so einen kleinen sauerstoff posten baue nicht schon wieder die ziel doch auf mich die brennende legion kommt dass das grüne feuer er zieht auch jemand aus spiralförmig erforsche ich jetzt aber da ist eine trühe das ist immer schon wenn die natur ist es ruhig aber nun gefunden also schon haben wir ein bisschen macht ist das ich brauche hier ein modul hin ich fühle dich haben nein mir fehlt die tat jetzt gedacht welche titan drin nein titan war hier nicht drin aber der rest entweder man findet das sofort was man braucht auch sehr nervig von ist noch mal titan ob ich mark wotner hier irgendwo antreffen könnte sich verurte haben würde mich jetzt als easter egg nicht wundern irgend so ein typ wäre mit dem wort nie heißen sauerstoff luft ich bin immer versucht hier wenigstens ein herstellungs ding zu bauen dass man immer sich so so eine art vorratsstation wenn man mal hier vorbeikommt dann hat man da wenigstens was und hier ist auch immer ein bisschen vor allem kobalt und eis liegt ja hier was man ja eigentlich immer am meisten braucht um sich so vorräte zu machen gut dann schauen wir mal was ist das das sieht auch sehr speziell aus also natürlich hier ist sehr viel kobalt da vorne ist was wo ist da ist wieder was abgestürzt das sieht eher wie ein frachtmodul aus das sieht gut aus da komme ich ihn auch vorbei noch mal kürbisse und was zu essen und aluminium und samen dann sagen wir nehmen wir die mal mit silizium das passiert also wenn ich kein inventar platz habe dann gehe ich noch mal zurück brauche ich das schnell eine kleine truhe damit die wichtigen sachen da auch mal verstaut sind es wird irgendwann mal einen punkt in diesem spiel geben wo ich alle kleine stationen die ich hier so baue mal wieder plündern muss um das mal zu einer damit alles koordiniert gespeichert wird dann mache ich meinen großen behälter hier einfach es ist ein unterschied auf jeden fall also ich jetzt mal die hier die brauche ich jetzt nicht mehr nicht direkt da nimmt trinke ich jetzt gleich was von so dass man hier auch so notfallsachen drin hat so wenn ich nachher gehe nämlich das mit was ich brauche dann müssen wir mal nehmen wir das hier lieber mit und suchen wir den nächsten eisen das fachmodul ich finde überhaupt schön dass man generell man findet hat was sagt ist sogar noch ein bauplan chip sehr schön also das war ein frachtmodul für sonnenkollektoren also da gehe ich mir jetzt noch ein chip aluminium essen wieder kürbisse die brauche ich jetzt nicht hundertprozentig mit zu nehmen auf einen zwei spiel freue ich mich sehr das koch kommen wird das ich hoffe es kommt auch sehr recht oder sieht interessant aus vollständig raus und zwar das junior wäckling ohne nächste bursche ist ja gar nichts da bin ich gespannt wie das umgesetzt wird weil ich bin jung vom richtigen jungen von den büchern und von pen & paper was ich auch ab und an mal leite mal kleine werbung wer lust hat die pen & paper mit zu spielen oder star trek oder sonst was vermelden ich leite es dir jedenfalls mag ich das universum und darum freue ich mich wie das umgesetzt ist ich war ein bisschen enttäuscht vom strategie spiel letztens weil der hat sich also das strategie spiel das vor einiger zeit raus kam war am anfang sehr viel versprechend aber dann fand ich da sie die lore so kaputt macht und vollkommen ignorierten in vielen punkten und gott ist irgendwie dann nicht mehr spielen da bin ich ein bisschen eigen wie komme ich denn da wo also ich gehe davon aus dass da oben irgendwie nein 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 da kommt schon wieder welche runter ja ja komm runter trifft mich was hat der ort hier ja ist das was neues ist nichts neues es heißt ich habe gedacht dass hier irgendwie neue sachen sind da vorne ist noch ein abgestürztes schiff dann war da zitern oder bin ich gerade gestanden habe ich gerade gestanden Hm. Schade, ich hab das drin. Ich kann, was ist das? Das ist auch so eine Art. Verdammt. Jetzt aber Vorsicht. Komm ich da irgendwie hoch? Wow. Okay. Ist hier irgendwo Titan drin, das wäre jetzt ultra genial. Natürlich nicht. Aber gut zu wissen. Ich brauche Titan, das ist jetzt wichtig. Nice. Sehr schön. Nochmal Titan und Eisen. Das werden wir ja hier finden. Ich weiß, dass da hinten Eisen drin war. Können wir nochmal hin. Hier sind ja die ganzen Meteoriten runtergekommen. Vielleicht liegt da ja. Oh, da ist. Ja, hier sind die Meteoriten runtergekommen. Ja. Sehr, sehr schön. Jetzt danke ich den Meteoriten. Und dann kann ich auch da ein bisschen rücken. gehen. Aber die Wege werden immer länger. Das ist natürlich ein Nachteil. Okay. Gerade das Aluminium ist sehr wichtig, weil ich immer noch keinen Ort gefunden habe, um Aluminium zu bekommen. Iridium ist auch, also iridium kann ich nirgendwo finden, so liegt zum Eisen, das kriege ich alles. Das Essen ist halbwegs immer noch wichtig und auch hier die Superlight. Stoffe. Okay. Mein Opfer, ich nehme eine Flasche und dann nehme ich das. So. Gut. Damit habe ich jetzt einiges gefunden. Kann ich hier auch so ein Ding bauen? Wahrscheinlich nicht. Eisensilizium. Am einen Fall kann ich das Teil bauen. Ich baue mal so ein... Silizium. Und zwar habe ich hier irgendwo gesehen. Irgendwo habe ich die Lithium hier gesehen. Da. Inventar ist voll. Was brauche ich denn dafür? Ja. Da habe ich eins. Okay. Ein Leuchtfeuer. Keine Ahnung, dann werde ich mal... Was sag mal die Gewicht. So. Da war ich schwarz. Da hast du schon! Okay. Oh, wir können uns die Hände behalten. Oh, ich hätte. Du hast, ich habe einen Tag. Wir haben eine Waffe gezogen. Denn wir können hier行eln. Und dann kommt die Hände. Und dann gehen wir da. Ich bekomme diese Hände. Kann das nicht mehr wissen. Ich würde mich, wenn du noch dar patience. Du hast. das wird mir da wahrscheinlich irgendwann mal auf meiner map angezeigt wenn ich eine map habe oder so dann weiß ich doch wenigstens was das hier ist gut weil ich kenne mich irgendwann mal würde ich vergessen dass hier was ist und auch wenn er nicht hundertprozentig wichtig ist dann weiß ich mir jetzt dass da ein ort ist wo ich noch versachen welche guten kann oder so habe ich habe jetzt das genommen was ich ja nicht herstellen kann aber das lädt wirklich ein zu erkunden das spiel auch während hier nebenbei das terraformen passiert ich habe schon mal so so solche art von spielen gelebt da ist es so langweilig irgendwie rum weil da passiert halt nichts nach so genau was nehme ich mit höchstler sich hier könnte wieder wasser herstellen was ich brauche sauerstoff wäre nicht schlecht wo ich noch mal kobold kobold brauche ich hallo junge und genau so was also ich muss die chips sind wichtig die kürbis saum sind jetzt nicht so ich habe noch auberginen das ist dasselbe die stoffe brauche ich aluminium brauche ich auf jeden fall ich kann uran erst mal hier lassen die super legierung genau ich weiß immer noch nicht wofür ich die brauche aber sobald ich sie brauche bin ich sie wenigstens haben ist das ein blauer himmel so ein violetter himmel kommt ihr könnt aber sagen ist erst blau kommt er ist auf jeden fall blauer als also am anfang oder steu ich mich auf jeden fall ein anderes farbspektrum ja er wird langsam blau ja dass du das sagst weil ich traue manchmal setzt dich aber er ist ja nur blau weil wir gelernt haben als kinder dass diese farbe blau heißt wenn man mir wenn man einem kind erzählen würde dass diese farbe rot heißt oh je damit könnte man sehr viel verfügung stiften ah interessant so funktioniert denn das leuchtfeuer also okay so jeder muss ich aber aufpassen dann wäre ein leuchtfeuer für hier ist meine basis irgendwann mal auch nicht schlecht so jetzt wir hier und aluminium genau wir können ja erstmal hier unsere wohnmodul ecke ok oh ein gut das hört sich aber cool an dass man so eine ecke mit fenster das ist praktisch ja du kannst einem kind alles erzählen also kann es auch diese grundlegenden sachen verbruchst indem sie anderes anders benennt und das ist das ist gar nicht oh wir haben schon die hälfte fertig darum ist der himmel schon ein bisschen anders also 51 prozent das ist schon mal sehr sehr schön wie ist mein essen genau so aber kürbis jetzt wächst er weiter sehr schön oh der kürbis ist besser der erhöht 40 ach verdammt jetzt ah ah mist ich muss nochmal zurück ich brauch die kürbis sagen mal hier mal hier ok ich muss hier unbedingt mal so ein Lager ja ja die wahrnehmung von farben ist subjektiv manchmal weil das ist etwas mit den augen die augen sind die ist der sinn den man am besten und einfachsten täuschen kann und darum finde ich das auch sehr gefährlich so ich muss jetzt aber zurück ich brauch die kürbis sagen die sind besser dann habe ich nämlich das große essensproblem gelöst genau das ding mit dem anders hören da geht man aber wirklich schon in die physiologie von gehirn funktion und alles betragen also das ist ja auch breites flächer visit nicht jeder mensch ist gleich das ist einfach so und wir versuchen struktur zu geben und klare richtlinien wo aber nicht jeder 100 prozent das selber folgen kann also ich gibt ja leute die haben grün schwäche oder sowas na also das hört man schon immer viele haben so eine grün blau für schwäche oder als überhaupt farben blind oder erkennen ist einfach nicht anders und das ist damit muss man lernen zu leben wer hat aber jetzt recht was ist die wahre farbe können wir philosophieren hier ich habe davon mal gehört ja aber ich bin jetzt nicht mehr so tief da drin das mit dem kleid den abstand gerade gut so genau hier ist die kürbiskerne die branche dann nehme ich natürlich auch die samen mit diesen nämlich neu die sammeln samen er hat nämlich 300 prozent mehr nehme ich auch den mit da nehme ich natürlich den rest aluminium auch mit etwas essen so 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 jetzt mal ganz im ernst also es sieht schon etwas heller aus etwas angenehmer man merkt sofort hier hat sich veränderte aber es verändert sich gerade was wahrscheinlich nicht so schnell wie man es eigentlich kann man also ich bin sowieso jemand der jetzt ein bisschen angenehmer spielt wie so ruhiger man kann sich halt ziemlich schnell wenn man sich so komplett drauf konzentriert dieses terraforming so schnell hochhauen und wahrscheinlich muss ich sowieso bald wieder ein bisschen ausbauen so junge hier möchte ich dich jetzt rausnehmen und die kürbis kann es dauert zwar jetzt wieder weil es wieder von vorne startet aber gut haben wir nämlich hier noch das ist der 150er nämlich den raus und macht den 300er rein den nehme ich auch raus und macht in 200 rein und hier nehme ich den raus der überhaupt nichts macht und der bisschen erhöht war ja schreck gibt es ein immer voll sein jetzt ist alles voll aber ich stürze sagen dass ich das nicht sortiere alles so ich kann auch schon im bohrer stufe drei machen kernreaktor das hört sich gut an dann kann ich aber da brauche ich wahrscheinlich uran ich überlege bio bio dom pflanzen und sauerstoff zu erzeugen heizung stufe 3 kommt bald ihr werkzeug baupläne ok hier kommt verbesserungen ob wann kommen die 175 ist dauernd ein bisschen der kommt bei 80 der bei 100 und der bei 60 und das dauert aber noch ein bisschen was kriegt man denn hier alles atmosphärischer wassersammler ok wie sieht das denn hier aus also sauerstoff ist im moment das was den höchsten wert hat aber nicht die verbesserung wir haben gleich 100 erreicht interessant der luftdruck ist noch sehr niedrig ich müsste einmal so ein bohrer bauen aber ich wollte jetzt erstmal die kommunikationsanlage ich gehe davon aus dass der story dann silizium titan und eisen was sie mal an ich habe sogar die 200 ich bin blöd ich hätte das vorher schon machen können aber ich denke ich müsste mit den strom nochmal ja ich brauche nochmal das sind 19 mehr zwar aber nochmal an strom erhöhen cobalt aluminium silizium an diesem eisen ich habe jetzt nicht genug eisen ich brauche drei eisen um so einen schrank herzustellen ich mache jetzt so einen aluminium schrank das stört mich lange ich fange jetzt an langsam an das sortieren sonst komme ich hier ganz durcheinander vor allem muss ich sowieso irgendwann mal einen besseren standort finden das wird dann einer hin und her gerendet mit dem lager ändern also dass man das lager mit so ich hab jetzt eisen problem da unten habe ich noch nicht so viel gesammelt also kann ich hier als wahrscheinlich doch umgehen das silizium das silizium da ist alles auch wenn die schrecke alle voll sind meine erfahrung ist das was du brauchst nicht da sein das ist dann nie da genau mehr platz habe ich auch nicht darum wollte ich den schrank haben ich spiele weder effizient noch spiel ich klug aber ich spiele aus spaß das spaß das ist ein stein kommt der himmel ist blau ich habe einen auftrag erfüllt ich mache seit drei stunden noch mal wie schlecht ich bin dass ich nach drei stunden noch nicht mal den blauen himmel fertig habe ich habe keinen mehr platz also so einen breiteren ort aber kann man nicht ändern ich finde es gut dass man das direkt darauf schreiben kann und nicht noch irgendwie erst noch so einen zettel erstellen muss also wenn ich jetzt hier noch öfter durch gehe werde ich keine kinder mehr zeugen können damit ich mir sicher ich habe hier noch irgendwo aluminium das ist stoff auch das essen habe ich noch nicht so wo habe ich denn noch aluminium genau und das ist dieses hin und her hier ist aluminium ein behalte ich jetzt weil ich die gleich brauche kobalt war hier kommt das auch mal raus und benutze ich das jetzt erstmal damit das auch aus dann brauche ich silizium eisen so das habe ich ich brauche wasser habe ich noch irgendwo eis ich hatte eben eis irgendwo das heißt dann sammle ich jetzt auch gleich noch ein bisschen eis ich bin froh oder enttäuscht so wie man sieht dass man keine toilette bauen muss oder so das wäre auch noch sowas also sogar in arg muss man kacken ja das könnte es würde sogar passen dass man zum beispiel wenn man jetzt irgendwie so gebiete macht wo man da jetzt grünen möchte dass man sagt hey hier darfst du jetzt nicht hin pinkeln oder gerade jetzt ist es gut wenn du hier hinkackst das wäre vielleicht sehr praktisch gewesen genau ich brauche noch silizium war das und magnesium silizium aber woran ich jetzt wieder denke ich habe nicht genug platz um nochmal so ein ding zu machen ich freue mich wenn ich schon mal hier bin ich freue mich wenn ich schon mal hier bin jetzt bin ich jetzt bin ich Sieht nicht sehr schick aus, aber was soll's. Das Schöne ist, wenn man es abbaut, kriegt man die richtigen Sachen wieder zurück. Gut, wenn ich das jetzt bauen würde, Aluminium, Titan und Silvizium. Alu hab ich ja drin. Jetzt versteckt sich Silvizium. Schau, was ich so viele Nachrichten kriege. So, das ist eigentlich nicht mehr messen, Aluminium. Das war's. Wo hab ich dich da oben hinkriege? Oh, ich wollte anholen. Daumen schreien. Hallo. Toll. Man kann das an der Seite bauen? Scheiße. Ich komme da irgendwie nicht dran. 100 NK nicht 100 KT. Kann man das so daneben bauen? Kann man hier so anwerfen. Ich hab jetzt einen verbraucht. Was für Glück. Ehrlich? Das Ding will mich grad verarschen. Ich will mich verarschen. Ach komm, ihr wollt mich verarschen. Das ist doch nicht zu fast. Wahnsinn. Ein bisschen tricksen, ihr. Gut, dann schauen wir mal. Was mir das bringt. Was mir das bringt. Die erforderlichen Baupläne. Versuchen Sie auf keinen Fall Sentiment Corporation zu kontaktieren. Wenn unsere Sensoren keine Fortschritte beim Terraforming feststellen, werden sie als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen. Sie können kein Eigentum oder irgendetwas von Wert auf dem Planeten für sich beanspruchen. Sie dürfen nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming Index zu erhöhen. Sie dürfen diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Ja, okay. Dafür hab ich jetzt so viele Ressourcen eingesteckt. Damit ich das kriege. Na gut. Die sind aber nett. Ich verstehe auch nicht, warum man keinen Terraforming-Experten schickt. Sehr, sehr schön. Gut. Dann legen wir noch die Sachen rein. Ich hab ja immer noch diesen Kürbising. Wie sieht jetzt der Strom aus? Kann ich noch irgendwas anschließen oder kostet mich das wirklich viel? Also ich kann auch was beschließen. Okay. Dann können wir mal ein bisschen weiter mit dem Terraforming machen. Bei 67 Prozent, gar nicht schlecht. was wäre denn besser jetzt mal bis zu erhöhen die luftruppe kümmern bohrer bauen eisen eisen titan titan aluminium aluminium ja ja mama also ich habe das in der beschreibung gelesen dass man uns sträfling ist das wusste ich ich fand es so blöd dass man es in game ein nicht vorher so einfach mal mitteilen sie haben während man so abstürzt das war sie haben sich dafür entschlossen dass wir diesen text den man jetzt gelesen hat besuche vorgetragen bekommen so in so einer art wie vor im gericht oder so was das wäre atmosphärisch gewesen das habe ich in der nachricht deine planetenspezifikation identifikation unbekannten unbenannt unternehmenseigentum unbeanspruch bewohner bewohnbarkeitsgrad 0 sektor die satia prime geschichte der planet annimmt befindet sich im sektor satia prime ein spray zivilisierten sektor der hauptsächlich von handelsschiffen durchgekehrt wird um große raumheft zu bedienen der sektor zählt 842 planeten 13.511 sterne und ist 7000 parsec groß er wurde als einer der möglichen kandidaten für eine zukünftige kolonisierung identifiziert dafür bin ich jetzt wieder reingerannt so ein paar informationen die man eigentlich schon vorher hätte haben können so eisen eisen titan titan als eisen titan titan immer reisen es hängt am eisen ich habe das am anfang schon gesagt ich weiß auch dass es drei verschiedene enden geben kann da werde ich mal sehen was es so für enden geben wird oder geben kann so titan ja es wurde in der bestimmte hat bei mir gesagt das ist es da haben jemand hat mir gesagt ja dieses spiel hat drei enden und da höre ich mal sehr aufmerksam zu wenn ein spiel mehrere enden haben kann wie das aussieht weiß ich aber nicht das wird übrigens einer der gründe warum ich es mir auch geholt habe weil wenn es verschiedene enden gibt gibt es auch entscheidungen oder irgendwas das man tun kann das eine ende macht auch mehr sind für dich ja gut ich werde schon wieder geschossen ist ja verdammt ich brauche unbedingt bald mal wieder mehr sauerstoff auf bitte luft ich habe wieder luft bekommen so der alu genau zwei alu aber jeden typ mal hier stehen das drehen jahre es ist doof aus wenn er hier steht kann ich denn hier hinten irgendwo hinstellen was mich sehr wundert ist der boot einfach mehr macht er nicht der boot einfach ok ja also es gibt spiele das hier scheint ja nur über texte und wahrscheinlich ist das ein stargate dahinten ich habe mein nächstes ziel da geht wenn man es nur über texte oder über die hier zum beispiel da ist so ein abgestürztes raumschiff na und was ist das für ein raumschiff warum ist es hier und so weiter das ist dann immer sehr wichtig so wie viel prozent habe ich stände 72 also es geht voran es ist faszinierend so haben wir denn jetzt ja alles haben wir denn jetzt ja alles wenn ich das hier bauen möchte okay das will er nicht aus äh ich brauche es titan damit ich es mir überhaupt angucken kann ja da geht also wenn ich jetzt gleich jack o'neill hier treffe ne dann weißt du bescheid es funktioniert okay das kann man dann würde ich das bauen eisen und titan kobold nochmal eisen titan dann kommt er erstmal mit sauerstoff aber ich denke es ist dann auch sehr wichtig damit das wenigstens auch aussieht als würde es da nicht in der luft schweben ne ich denke wir machen jetzt langsam ein bisschen schön bau bis zum nächsten punkt ähm sehr sehr schön ja die kürbisse geben jetzt genug nahrung ich sollte noch mal eis sammeln auch ich war noch gar nicht auf dieser seite ey es ist doch nicht zu fassen ist hier noch irgendwas sieht so aus ich kann von hier aus mein aussehen okay das war titan eisen kobold das war das war das war das war fahrrad das war es ist nicht ja heizung stufe 3 sehr schön wieder ein bisschen mehr eisen wenn ich noch dieses gitter darunter sondern möchte so ist er wieder zurück ich muss immer noch richtig auf meinen sauerstoff aufpassen ich kann zwar immer weiter gehen aber es gibt dennoch immer noch sehr starke begrenzungen ich drücke den falschen kopf jedes mal ihr wollt mich verarschen so 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 ich habe jetzt mehr platz ich kann ich kann jetzt auch da draußen gucken ich habe jetzt wieder nicht genug doch ich habe genug ganz schön neues so 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 finde wohl ist eine truhe weil wenn es so zufalls generiert wäre eine größere ausforderung hier haben wir alle gefunden das ist das ist einfach alles das bedeutet aber auch dass ich da jetzt so einen außenposten habe ich hab hier den außenposten und der ist in fuß reichweite das ist immer gut ich kann die aluminium abbauen ach so sieht aluminium aus das muss man erst mal wissen dann habe ich hier den farm spot jetzt gefunden gut zu wissen dann werde ich dann werde ich auch jäger 01 und benennen das reisen ich nehme dir ich nehme mir jetzt weil wir das hier in der nähe ist kann man es da lagern und da kann man weiß ich immer wo ich hin muss das hilft mir wahrscheinlich auch ein bisschen was ist das für riesen trocken da ist das da geht ich sehe dich abhof ist es werde ich finden die höhle habe ich jetzt wieder verloren ich glaube ich weiß dass es auf jeden fall so eine art es könnte wahrscheinlich irgend so ein raumschiff so ein ding was sich dreht oder künstliche schwerkraft zu erzeugen jedenfalls aus muss ich über faszinierend ich werde hier natürlich auch eine kleine bar vorbasis nehmen bauen logisch eingangs ich mal auch zuerst da vorne ich habe nicht mehr viel also ich habe 160 erreicht 175 erreichen dann habe ich den auftrag geschafft ich finde das ist so in der luft schwebt ich hoffe euch w Credit die in der im in der in im 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 Ok. Genau, ich wollte hier nämlich noch so einen kleinen... Hier noch ein Herstellungs... Sehr gut. So, also das ist schon eine Routine geworden, dass man so eine kleine Vorbasis kriegt. Kann man direkt essen. Dann haben wir das hier Eisen. Kommt mit dem Eisen mit. Bin gespannt, was das hier ist. Das ist nicht viel wert. Das ist immer noch was wert. Okay. Oh, ey. Das ist, als wenn hier so ein Xenomorph plötzlich auftauchen würde, würde ich mich das nicht mal wundern. Oh, eine Wasserflasche ist ja schick. Oha. Was ist das? Oha. Was ist das? Ich geh noch mal raus. Ich geh noch mal raus. So. Wir können hier nämlich auch mal einen Vorrats speisen. einfach Vorrat. Ja. Vorrat für... Mutfall. Kann man nämlich hier bisschen das Wasser einfügen. Das Essen. So. Ich guck. Das ist ein Riesenteil. Das ist also meine Fresse, ey. Ich hab gleich das Terraforming-Ziel erreicht und ich bin nicht bei der Nähe meiner Basis. Oha. Stoff. Aber sie brauche ich nicht. Das sind alles Standardsachen. Das ist alles Standard. Obwohl... Ich hab immer noch keinen Punkt, wo ich die abbauen kann. Also nehme ich das mit. Medium. Okay. Ja. Was ist das? Heute war die Einweihung des Warptors. Okay. Es ist wirklich ein Tor. Es hat ganze zwei Jahre gedauert, um es zu bauen. Der EZ... Und der EZ... 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 EZ-Tial Prime Sektor. EZ-Prime Sektor ist endlich nur noch einen Katzensprung entfernt. Nur dann läuft nicht immer alles nach Plan. Gerade als wir den Hauptreaktor hochgefahren hatten, brach die Hölle los. Der Strom war urplötzlich weg und alle Reaktoren sowie die Stabilisatoren waren tot. Einige Minuten später begann er uns am nächsten gelegene Planet, unseren Raumschiff auf unerklärliche Weise näher an sich heranzuziehen. Die probierten alles, um das Problem zu lösen, doch nichts schien zu helfen. Daher nutzte die Crew die Rettungskapseln zur Flucht, während ich ein Notsignal aktivierte. Nun werde auch ich zu meiner Rettungskapsel gehen. Was eine Schande. All diese Monate voller Arbeit und nur ist alles vergebens. Ich verstehe nicht, was da passiert ist. Das hätte nicht passieren dürfen. Sunfox, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Schon 33 Monate. Oh, ich liebe den Begriff. Ich liebe die Zahl 33. Vielen, vielen Dank für deine fortwährende Unterstützung. Und dein Glauben an mich, dass ich ja da doch mal nicht so viel im Huchs mache. Ich habe gleich mein Terraforming-Ziel erreicht. 175. Oh, verdammt. Ich muss unbedingt Sauerstoff. Okay. Der Himmel ist blau. Yeah. New Sky. Reach a full blue sky. Ja, ich habe es geschafft. Jetzt geht es wieder zurück zur Basis. Um. Ah, ich... Ah, ich... Ein Tagsfeuer, ja, ich muss jetzt... Ich brauche unbedingt irgendeinen Rover oder so. Ich weiß, keine Ahnung, ob es das ist, das Spiel existiert. Aber diese Laubwege sind wirklich sehr, sehr heftig. Ich habe jetzt einen blauen Himmel. Das heißt, ich habe eine... Ich habe jetzt genug in der Atmosphäre, dass der Himmel nicht mehr toxisch an sich ist. Ich habe immer noch keinen Sauerstoff, weil ich habe hier keine Pflanzen, aber ich habe bis jetzt den blauen Himmel geschaffen. Ja, und jetzt sehe ich auch mehr, weil vorher war ja alles Staub, die sich rot, ne, und da konnte man nichts sehen. Ja, jetzt cut man so eine sehr hohe Sichtweite. Faszinierend. Aber ich musste meine Hauptbasis zurück, um zu schauen. Was jetzt mein nächster, mein nächstes Ziel ist, na? Ja, mein Sauerstoff. Gut, dass ich diese kleinen Batsen hier baue, ey. So. Verdammt, ich hätte das Wasser mitnehmen sollen. Selbst wenn ich immer hier bin, ist es dunkel. Da ist immer noch so eine Staubwolke. Da muss ich auch mal schauen, ob ich da überhaupt durchkomme. Ich habe keine Ahnung, was so eine Staubwolke verursacht. Also ich habe meine Basis ja auch am Arsch der Welt hingestellt, ne? Ich habe auch gar keine Missionen mehr. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil ich dir mal ein bisschen Eis mit. Ah, ne. Neh, mir wird das Feuer verdammt. Ich habe Wasser da oben. So, Vorbasis. Weiter. Ich nehme trotzdem Wasser mit. 20, was TI bedeutet, Terra-Index. Kilo-Terra-Index? Mein Strom ist ausgefallen, oder? Ne, doch nicht. Es sah nur so aus. Nächste Stufe Wolken. Ich muss Wolken erschaffen, okay. Das stimmt, ohne Wolken. Dann muss ich ja die Luftfeuchtigkeit erhöhen, ne? So, was haben wir jetzt noch? Gebietsleuchte. Ich habe gelesen, Gebietsseuche. So, was wohl? Wer schickt mir jetzt E-Mails? Oh. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das sie geschickt wurden. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, um einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Craft, das ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Sie sollten Weltraumnahrung in ihrer Kapseln und vielleicht in Weltraum wachsen. Ach. Ach. Sie können selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn sie die richtigen Voraussetzungen erfüllt. Ach. Also, das kommt ein bisschen spät. Mir ist es gelungen, weitere Informationen zu ergattern. Ich habe gelesen, dass man mehr Erfolgschancen hat, wenn man seine Basis weiter oben baut. Aber ich bin mir nicht sicher, warum. Wenn man es schafft, den Planeten ausreichend zu erwärmen, sollten einige Hülle zugänglich werden, wenn das Eis schmilzt. Eine letzte Sache noch. Sie können Ende. Okay, ich glaube, ich habe eine Vermutung, warum man weiter oben bauen sollte. Und ich habe ja weiter oben gebaut. Es kann vielleicht entstehen, ja, Seen. Na, das kann passieren, wenn das Eis schmilzt. Wird ja, werden Seen entstehen, glaube ich. Gut. Aber wir haben jetzt hier einen Index Luftdruck, Wärme. Jetzt könnte ich die Wärme noch mal ein bisschen erhöhen. Ich habe ja Hals... Oh, Iridium-Stab. Oh. Ich habe doch einen Iridium-Stab. Den habe ich da unten in der Basis. In der alten Basis, wo ich ja gelandet bin. Okay. Also, dass sie jetzt Wolken entstehen müssen, dann muss ich ja die Luftfeuchtigkeit ja eigentlich sehr erhöhen, ne? So, ich habe doch hier ein Iridium-Stab. Da ist ein Iridium-Stab. Und ich Idiot hätte Aluminium mitbringen können. Warte mal. Wenn ich stand schon hier will, dann kann ich auch da. Weil es ist ja eigentlich egal, wo man das ja baut. Ich muss ja nicht alles in meiner Basis bauen. Es ist doch besser, wenn es so breit gefächert aufgebaut ist. Dann kann ich doch die Heizung noch hinbauen. Dann ist meine Basis auch nicht so vollgestopft, wenn die da oben ist. Was ist das eigentlich? Da muss ich auch mal hin. Sieht interessant aus. Also, Nahrung ist ja auch kein Problem. Also, die Grundbedürfnisse habe ich jetzt endlich zusammenbekommen. Hier war aber nichts mehr drin, oder? Doch, das. Aber, ja. Also, ich habe hier mein Alu. Ich weiß gar nicht, wie viel Strom braucht. Der 17. Die machen 1,2. Das wird mir ja nicht helfen. Dann muss ich 2 da. Ich 1 davon bauen, wäre jetzt nicht schlecht. Dann brauche ich Magnesium und Kobalt. Kobalt lag da hinten. Und das hier liegt auch überall Kobalt rum. Also, das ist jetzt nicht das Problem. Und zwar habe ich schon... So, ich mache Magnesium. Ja. Toll, Inventar ist voll. Ich denke, das ist mal Stoff da rein. Das braucht doch keine Sau. Wieso habe ich eigentlich so viel Iridium? Dann machen wir das anders. Boah, jetzt besser. Kann ich das hier allgemeiner verwalten? So, dann können wir hier nämlich ein Solarkollektor bauen. Kann man den da irgendwie draufstellen? Dass ich sonst da irgendwie nicht drankomme, finde ich sehr, sehr schade. So. Was ist der da oben? Jetzt fehlt mir wahrscheinlich Silizien. Ja, mir fehlt Silizium. Wird ja hier irgendwo rumdungern. Silizium. Da ist Silizium. Da ist Silizium. Nein, das ist Eisen. Aber wo Eisen ist, ist Silizium nicht weit. Da ist Silizium. Ja, schön. Das macht jetzt wahrscheinlich wieder einen kleinen Sprung. Ich habe kein Wasser. So, dann gehen wir wieder zu dieser kleinen B-Basis. Mein Vorposten oder meinen Anflugspunkt, weil ich müsste auch meinen Posten mehr weiter unten haben. Da ist eine goldene Truhe, sehe ich gerade. Wo kommt die denn her? Die ist aber versteckt. 600 Prozent. Da will ich aber jemanden koppeln. Ich bin hier schon dreimal vorbeigegangen, habe diese Truhe nicht gesehen. Ich freue mich, wie viel ich schon verpasst habe. Das ist jetzt meine zweite Truhe. Ich muss aber trotzdem jetzt langsam wieder zurück zu meinem Posten. Ich nehme mich mal mit. Ich habe kein Wasser hier. Wie soll ich hier kein Wasser haben? Ich probiere unbedingt zu trinken. Ich bin hier schon. so sehr schön wenn ich die sache noch da oben und ich müsste mir lange mal überlegen wo ich meine richtige große basis mal bauen werde wenn ich viel material haben das muss irgendwie da weil hier ist ja eine ecke das ist vielleicht ein sicherer ort so aber zu erreichen ist dieser ort ein bisschen schwieriger ich habe post interessant hier ist ein streifen in meinem ui der nicht im stream angezeigt das ist sinnierend wieso wird der nicht im stream angezeigt schauen wir mal und alle die diese nachricht erhalten ich bin ein planet crafter der auf dem planeten migoria 3 geschickt wurde wenn sie diese nachricht empfangen bedeutet dass sie in der nähe sind vielleicht bis vielleicht bis sind sie ja auch ein planet okay das ist ein bisschen komisch das wetter ist grässlich und mir gehen die ressourcen aus es gibt nicht genug auf dieser kargen welt um sie zu terraform ich weiß nicht warum ich das hier gewählt habe der tod wäre angenehmer gewesen als dieser hölle wenn mir jemand hilfe schicken kann dann tun sie es bitte ja was soll ich tun soll ich in den himmel pupsen oder was so ich habe hier die kritien stelle ich hatte ich ja dieses das hier zum beispiel silizium silizium magnesium würde ich gern machen dann ruhig noch silizium silizium magnesium und 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 Das ist Eisen. Ob ich noch Platz für Eisen? Ja, noch einmal. So, rein. Silizium fehlt mir noch. Das ist Magnetium. Eisen. So. Wie gehen die langweilige Ressourcen aus? Welten sehe ich noch keiner. Das ist jetzt nur blau. So, wie viel Strom habe ich denn noch? Oh, 118. Ich glaube, das verbraucht mehr, oder? Ne, ist doch möglich so. Ach, das baut man draußen. Ist ja unglaublich. Man hat etwas, was man draußen baut. 600%. Das gibt einen Boost. Boah, ich gucke mal, wie das abgeht da oben. Jetzt geht das wieder so richtig schnell. Gut, 35% aber schon fertig. Der Luftdruck. Das braucht länger, lang, aber hier der Sauerstoff geht ziemlich schnell hoch. Aber das ist, weil ich diesen Boost wirklich habe. Ich habe diesen 600% Boost, habe ich ja. die Wärme, ja, der Luftdruck geht am langsamsten. Ich könnte noch einen Bohrer bauen. Ähm, der braucht acht. Gerade noch. Das schmilzt aber noch nicht, ne? Na ja, erst bei 100 NK fangen die Dinger an zu schmelzen. So lange es hier gefriert, Temperaturen noch nicht erreicht. Ich brauche Eis. Irgendwie merke ich, dass ich schneller, durstiger werde als vorher. Aber bevor ich jetzt, ich gehe jetzt weiter runter, aber dann kann ich hier ein paar... Und mit, weil ich habe den Uranstab. Hier war doch dieser Energie, dieses große Energieteil, kann ich das jetzt aktivieren? Dieser Reaktor. Jetzt habe ich auch so gemerkt, aber das hier ist ja ein Riesenteil, ne? Nee, irgendwie... Ich weiß nicht, wofür das ist. Ich habe mich verirrt. Na. Ich dachte, damit macht man dann... Keine Ahnung. Irgendwas kann man damit tust. Das bringt mich doch noch hoch. Ich muss das ja nicht die ganze Zeit rumschleppen. Aber ich habe ja jetzt diesen Kern. Na ja, genau. Wasser, Wasser. Oh, kann ich sogar bauen. Bezeugt Energie, die alle Maschinen auf den... Die alle Maschinen auf dem Planeten antreiben? Wett? Ach so, das ist bei allen so. FDR, ich kann das einmal bauen. Ich brauche das für Wasser. Aber ich überlege ja, meine Basis zu versetzen, also dass ich... Das ist das hier... Das ist ja mein erster Außenposten, aber der ist so weit entfernt von allem. Was ist da hinten irgendwo baue oder so? Aber wenn der mir sagt, ich soll das auf hohem Gelände machen, dann höre ich lieber auf den. So. Genau, Wasser. So. Ich müsste Eis ein bisschen sammeln. Na, ich war das Bewässerung niedrig. Ich weiß nicht, was du besetzt hast. So, nehmen wir mal ein bisschen nach da hinten. Wow, Wolken kommen wirklich langsam. Oha. Da haben wir unsere Wolken. Da ist sie von hier aus. Da hatte ich ja auch eine kleine Vorbasis. Oha. Oha. Ah. Oha. 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 Ahh. Oha. 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 Oho. es ist aber dunkel gras verteiler als dass ich kann jetzt gräser anbauen das wäre interessant wenn wolken entstanden sind bedeutet das ja dass die luftfäuchigkeit extrem zugenommen habe ich den punkt erreicht wolken 76 prozent aber dieses gräser ding wo ist denn das biomasse ok ich brauche wasser magnesium diese samen habe ich doch hier nachdem auch und magnesium Da ist man gesehen. Da ist man gesehen. in radios aber blöder radios für dich im ernst energie 13 8 ernst kräftige first nukleare aktor ich hoffe das ding explodiert bin ich ein problem jetzt wächst hier gras oder was muss ich das jetzt an jedem flinken auf dem planet machen weil er so einen kleinen radios hat ich brauche eine neue fortschrittliche werkzeuge und baupläne ja das muss ich auch noch machen ich würde gerne meine basis aber er aufbauen das bedeutet ich muss sehr viel eisen sammeln titan ich weiß schleunigte terraforming prozess erhebliche dem raketen in den weltraum geschickt werden kostet aber auch sehr viel energie clouds ist es geil ich habe es geschafft das nächste terraforming ziel wurde erreicht ich komme gar nicht hinterher ich will eigentlich bauen ich war da gerade riesiger busch hier wächst gras okay wie sieht es aus das nächste ist regeln ja klar mit wolken sind kann es auch regeln das potenzial erregen herzustellen gut was haben wir denn hier eigentlich abbaugeschwindigkeit auch geschwindigkeit stufe 3 brauche ich jetzt eigentlich nicht stufe 3 rucksack habe ich 3 habe ich die wachsen ich wollte jetzt eher in der uran kann man jetzt hier reintun so hier haben wir noch etwas zu trinken eisen und titan ob ich da oben ich bin da oben Hm, das sieht nicht so aus, als ob es wirklich passt. Wow. Ich habe hier Gas. Das passt irgendwie nicht. Ah, das sieht sowieso ein bisschen besser aus, wie die ich jedenfalls. Na gut, irgendwann mal wird es regnen, das krieg ich schon irgendwann mal mit. Ich muss sagen, ich bin mit meiner Basis, die ich da oben habe, nicht zufrieden, einfach nicht zufrieden. Ich hätte gerne die Zeit, das irgendwo anders aufzubauen, aber das Terraform geht ja auch irgendwie immer weiter, ich muss mal hinterher. Habe ich noch Eis? Ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde jetzt erstmal anschauen, was das hier ist Red ist Eis, ok Ein Biodom, ok Dann schaue ich mir gleich mal an, wie man das Biodom denn so bauen kann Oder was das ist oder ob es eine spezielle Funktion hat Biodom, perfekter Ort, um Pflanzen anzubauen und Sauerstoff zu erzeugen Jo, jetzt kommt aber langsam so, dass ich super Super Legierung brauche Und die hatte ich jetzt nur für den Kerner Ich habe vielleicht noch drei, das kann man natürlich sehen Es geht mir sowieso gerade ein bisschen zu schnell das Terraforming Muss ich zugeben, es geht ein bisschen schnell Ob ich Probleme kriege, wenn ich durch den Sandstaub da laufe Das ist aus wie die Höhle von Smaug oder so, keine Ahnung Das Riesenschiff Das sieht mich schon sehr Das hier ist eine Riesenwüste Ich glaube, das wird sogar bleiben Als Wüste Wenn ich hier jetzt Terraform Oh, das wird ein Riesendschungel, das kann auch sein Hier ist einiges abgestürzt Ah, hier werde ich wahrscheinlich viel Zeit verbringen Weil hier, ich muss doch gucken, wo dieser blöde Eingang ist Das ist was Großes, was hier untergefallen ist Ah, hier ist ein Eingang Aua Natürlich fehlt jetzt die Liebsjung Ich habe Notfalls einen, aber da Ja Ja, soll ich auch niedrig, das sehe ich Das wird knapp werden Das ist ja zu Hause Ich hab die Eingang Ich hab mich nicht mehr erst mal so ein ganz normales teil schrank ich habe das gefühl dass er schneller durst und hunger kriegt als vorher das größere kreuzer ja so eine art enterprise oder so oder ein vergnügungskreuzer keine ahnung sie kommen was das sind die 300 prozent lärmsamen lärmsamen das sind die niedrigen jetzt war hoch oh ja okay oh das ist biokunst klumpen ich habe ja gerade zwei sachen zu trinken zu essen 50 200 war das problem nicht bohnen samen ich habe bohnen samen gefunden das ist schön okay das hier ist ein saatschiff dafür dass wir hier so viele samen finden es hat das ist ein reines terraforming schiff ist keine raketentriebwerk und das ist das ist praktisch eine aubergine brauche ich jetzt nicht da habe ich genug von okay warum die raketentriebwerk in irgendeiner schlafkurie was habt ihr für problem gehabt das ist die 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 Das war's für heute. Okay. Wow, hier ist aber viel Eisen. So, und jetzt raus hier. Oh, hier ist noch ein kleines. Oh, dann muss ich eins wegmachen. Dann mache ich nämlich den Kürbis Kern weg. Ich mache den Kürbis Kern weg. Ich mache den Kürbis Kern weg. Dann gehe ich das in der Kürbis Kern weg. Das war's für heute. Ein großes Wohnmodul, okay. Oh, ein Kartenbildschirm, GPS-Satellit, Taschenlampe 2, Schreddermaschinen, okay. Schwefel habe ich nicht. Dann möchte ich das Handwerksrezept, um das Rezept anzuhelfen, ah, okay, verstehe. Ist jetzt nicht so das sonderlich Wichtigste. Ah, cool. So, einige Sachen können wir nämlich... Bio-Kunst-Klumpen. Ich wüsste, was das ist. Das hier wäre aber auch kein guter Ort für, äh, eine Basis, ne. Ich müsste schon höher gelegen irgendwas machen. Ich habe die Bohnen gut gebrauchen. Wie groß ist denn die große Wohnkuppel? Oh, mehr Titan, also, oh, ich brauche super, äh, die Gierungen wieder. Wohnmodul Glas. Oh, aber das würde ich mal ausprobieren. Das kann man ja hier mal. Cool, dann hat man so ein Cluster. Schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier auch wieder so eine goldene Kiste, weil ich habe die Vermutung, was bei jedem solcher Spots irgendwo eine goldene Kiste vergraben ist. Das da oben sieht auch aus, als ob man da hin kann. Irgendwie. Komm mal da irgendwie hoch. Wow, das fühlt sich sehr richtig an. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Okay, das sieht schon besser aus. Hm. Das sieht aus, als könnte man da rein. Warum ist ein Bildschirm? Keine Ahnung, hier ist irgendwie kein Weg da rein. Das sehe ich von hier aus irgendwas Besonderes. Ah, da oben hier ist die Formation. 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 Ja, aber ich denke, ich will hier mal einen Kasten machen. Ich werde nochmal speichern. Ich habe nur dreimal gespeichert, den ganzen Ding. Und ja. Ah, gehen wir zurück zum Abmenü. ich finde es auf jeden fall ein sehr sehr schönes spiel und ich werde das auf jeden fall weitermachen ich habe das jetzt viereinhalb stunden gespielt also ist schon einiges das spiel mich dann so nimmt ich habe jetzt keine feste planung was die nächsten tage im streaming ist weil wir haben leider kein pen und paper zurzeit aber ich denke die nächsten tage werde ich sowieso immer noch was ich werde noch star trek weitermachen das auf jeden fall und ich habe da noch ein zwei sachen darauf warte ich dass das jetzt voll released wird die ich dann spielen möchte weil darauf habe ich jetzt schon lange gewartet und ich denke das wird dann also was es wird werdet ihr dann sehen glaube ich ich danke auf jeden fall fürs zuschauen und ja mit kräfte mache ich dann auch mit dem es wieder weiter und gespannt wie der planet sich verändert und wie er dann aussieht wenn man da was macht wie gesagt mit der basis bin ich unzufrieden und ich überlege die irgendwie noch bis zu bearbeiten auf jeden fall danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal und ich wünsche euch noch einen schönen abend ein schönes wochenende und möge die macht mit euch sein